Einen wunderwunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Show mit dem Snacks. Hallo, heute ist Samstag, der 13. Ey, das war ja im Horrorspiel. Beim Horrorspiel. Ey, verrückt, wie die Zeit vergeht, Leute. Mir kommt so vor, als hätten wir es gestern erst gesehen. Hallo, mein Name ist Tim. Mir sitzt ein Nieser in der Nase quer. Ich hoffe, der kommt nicht raus. Oh, das ist ganz schlimm. Chad, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet einen guten Samstag heute. Ich hatte den absolut perfektesten Samstag ever. Wir sind früh aufgestanden, sind aufs Sofa gegangen und haben den ganzen Tag Sopranos geschaut. Und irgendwann vorne war es dann so, ey, ich muss noch ein Stehen machen. Heute wieder noch ein Horrorspiel gespielt. Wir spielen heute Dead of Night. Ähm, zum zweiten Mal und zum letzten Mal. Ich gehe davon aus, dass wir heute damit durchkommen. Wir sind durch die Storylines, glaube ich, ungefähr so durch die Hälfte durch. Und außer das Spiel hat irgendein krasses Endgame, was ich von einem Full-Motion-Video-Game jetzt nicht unbedingt erwarte. Ähm, sind wir da heute durch. Und das wird geil. Mal gucken. Ich glaube, ein paar Stunden sind wir bestimmt beschäftigt. Und ich habe mir auch einen kleinen Plan gemacht, denn ich habe natürlich, ähm, der professionelle Eishockey-Trainer, der ich bin, ähm, mir mein komplettes Let's Play vom letzten Mal angeschaut. Erstens natürlich, um meinen Lieblingsteamer auf YouTube und Twitter zu supporten. Und zweitens natürlich, um, äh, jede einzelne Fehlentscheidung im Nachhinein peinlichst berührt noch, äh, ewig zuzudenken. Ich muss das zu Ende kriegen, das ist ja fürchterlich, was ich hier rede. Ähm, ich glaube, ich schiebe es mal so ein bisschen auf die Übermüdung beim letzten Mal. Wir haben irgendwann aufgehört, Räume zu erkunden. Und wir haben ja auch festgestellt, dass wir sowohl in unseren Gesprächen mit Dr. Bowser, als auch in den Gesprächen mit Harvey, war sein Name? Hey, Tim, richtig gute Idee, ein Rätselspiel basierend auf Dialogoptionen und, äh, Logik und Erinnerungen an vergangene Aussagen, einfach mal sieben Tage nicht anzurühren übrigens. Ihr wahrscheinlich braucht ein paar Minuten, um reinzukommen. Aber, oh boy, das wird schön. Ähm, ich glaube, wir haben nicht alle Räume durchforscht. Und das ist vielleicht der Grund, weswegen wir im letzten Mal irgendwann, ich glaube, wir haben ja auch nicht bis 1 oder so gestimmt, ähm, nicht durchkamen. Deswegen machen wir das gleich. Ich starte hier schon mal alles. Und ich hatte übrigens heute Nachmittag keinen Kaffee. Das heißt, ich brauche sowieso gerade erstmal, gebt mir, gebt meinem Körper, meinem Kopf eine Viertelstunde, bis dieses Ding hier wirkt. Und dann haben wir heute einen lustigen Abend. Wenn ihr Bock habt, wieder geile Clips zu machen, dann macht das. Ähm. Ich hoffe, ich erschrecke mich nicht zu sehr. Das hat beim letzten Mal schon ganz schön gezwiebelt. Hallo, Tam, von was ist die Musik? Äh, Denki, Kang, Country. Werden wir übrigens morgen Vormittag im Stream auch wieder spielen. Wenn du Bock hast, komm gerne vorbei. Super Nintendo, einfach. Perfektion. Jo, du hättest gerne einen großen Kaffee. Kaffee habe ich. Was zum Knack, wenn wir dir recht. Du hast schon gesehen, mit dem Kanal punkten kannst du deine geilsten Snack-Emoots freischalten. Du kriegst sogar welche, ohne Geld auszugeben. Das ist praktisch. Hallo, Schuri. Und Schuri, Glückwunsch zum zweiten Darksburg. Wuhu. Ich muss es immer, ohne Witz, wenn du bei mir oben rechts hier in meiner Discord-Leiste da oben auftauchst. Und immer, wenn ich sehe Darksburg. Wuhu. Man muss es dahinter sagen. Ich habe einfach instant jedes Mal wieder ein Ohrwurm. Ich habe mir deinetwegen schon zweimal dieses Intro angehört. Heute. Einmal gestern. Zweimal schon heute. Du auch? Ja, perfekt. Ich liebe es übrigens, dass ich dich bambuseln wollte mit dieser Steam-Nachricht vorhin. Und seitdem bin ich bambuselt, weil ich kriege das gerade auch nicht wieder weg. Ich habe vorhin schon mal fünfmal irgendwie rumgeklickt. Das Einzige, was dann passiert ist, ist, dass OBS mein Mikrofon nicht mehr erkannt hat. War auch schön. Schön fünf Minuten geschwitzt, wo bist du immer gerade, ey. Hallo, Herzi. Herzi, wie viele Kilometer hast du heute abgerissen? Ich freue mich wirklich so riesig über jedes einzelne Foto, na? Also es ist so krass. Ich habe vorher noch gesehen, als ich auf meinen Kaffee gewartet habe, auf der Lange Oak-Account. Ich habe irgendwie auf Instagram irgendein Video veröffentlicht, das eine Minute lang ist. Vom Strand bei Schnee und da war Wasser. Also wenn ich jetzt mal so kurz Schnipp machen könnte, mit dem Wissen, dass meine Vollzeit-Berufsanstellung ab März eventuell ein bisschen anders auszieht, aktuell noch. Und ich einfach mal sagen könnte, oh ja, gib mir mal so einen Monat mehr. Einen Monat ohne Natascha würde ich nie aushalten, ohne Witz. Da gehe ich euch ein, wie Schnittblumen, bei denen das Wasser nicht gewechselt wird, aber... Boah, das wäre so geil, ne? Aber mal gucken, vielleicht mache ich das wirklich, wenn es sich irgendwie anbietet. Obwohl, ich will auch nicht mit einem Zug irgendwie durch Deutschland fahren. Das ist ja richtig dumm. Ja, nee, kann ich auch nicht. Abgesehen davon, dass die Insel auf Lockdown ist. Ah, so scheiß. Ah, vielleicht fahre ich nicht nach Oldenburg. Weil jetzt echt, ich glaube, seit Oktober habe ich mich hier nicht mehr wieder aus meinem Dunstkreis der Wohnung irgendwie rausbewegt. Ja, vernünftig. Lass uns über gruseligere Themen sprechen als, äh... You know what. Du kannst schon mal weg, obwohl ich dich gerade sehr, sehr liebe und sehr, sehr fühle. Liebe Donkey Kong Country 2, Forest Interlude. Oh. Ach, das war hier das Gedöns mit der Bildschirmfreigabe, ne? Let's go. Ich glaube, ich weiß noch, wie es geht. Dann werde ich Vollzeit-Streamer. Äh, Tam, ich habe Zahlen ausgeblendet während des Streams, deswegen sehe ich nicht, wie viele Leute da sind. Ähm, lass mich mal raten, es sind wahrscheinlich so fünf bis zehn Zuschauer da. Glaubst du, davon kann man Miete innerhalb von München bezahlen? Ich bin dankbar über jedes gute Gespräch, was wir heute führen. Aber, ganz naiv zu sagen, Vollzeit-Streamer, der ist es nicht. Mein Plan ist, aus dieser Story 37% complete, heute keine 100% zu machen. Okay, Chat, ihr seht was? Ihr hört was? Kleine Disclaimer, wir spielen ein Horrorspiel, wer das noch nicht mitbekommen hat. Wir skippen das jetzt mal nicht. Ich bin gespannt, wann wir den ersten Encounter mit Jimmy haben. Look at the first floor store near the stairs for the device. Okay, wir wurden also wieder von Jimmy bamboozled. Ich sag, wir schauen jetzt erstmal, ob wir zum Store dahin kommen. Ja, ähm, sehr angenehm. Wir sind im dritten Stock. Das erkenne ich an dem Boden. Das Spiel macht mich jetzt schon komplett fertig wieder. Alter, ich hab vergessen, wie gruselig das war. Ich hab's mal ein bisschen lauter gemacht für mich. Wenn für euch irgendwie der Sound nicht passen sollte oder so, sagt Bescheid. Äh, hab ich kurz angefangen, was bisher geschah. Sehr gerne, Tam. Ähm, wir sind Maya. Und wir sind in diesem Hotel angekommen. In diesem Hotel gibt's natürlich kein Internet, kein, äh... ...ein Handy anfangen, irgendwie kein gar nix. Sind mit unseren Buddies, Kumpels, auf dem Weg zu einem Festival gewesen. Und haben an der Rezeption mit Jimmy geredet. Äh, Jimmy ist, äh, der, äh, nette Herr, der in diesem Hotel, äh... Er ist nicht der Besitzer, aber er ist quasi der... ...der hier, äh, an der Rezeption steht. Und, äh, relativ schnell haben wir rausgefunden, dass, äh, Jimmy so etwas wie eine gespaltene Persönlichkeit hat. Ähm, Jimmy hat nämlich ganz viele Leute umgebracht. Das Hotel ist leer. Äh, leer von echten Menschen. Außer mir und Jimmy. Jimmy jagt mich auch. Also, es wird öfter mal vorkommen, dass ich mich in einem Raum verstecke. Hier, glaub ich, zum Beispiel bin ich safe. Ähm, und er jagt mich. Und ich muss von ihm flüchten. Und der, der ist auch relativ schnell. Und wenn der einen erwischt und einem mit seinem, äh, Horniestock einen Bonk auf den Kopf gibt. Auweia. Da wurde ich schon mal ein bisschen bambuselt. Ähm. Und unsere Aufgabe quasi ist es, äh, das Rätsel um Jimmy zu lösen. Ich weiß nicht, warum wir nicht einfach aus diesem Hotel gehen. Das hinterfrage ich nicht. Ist es ein Videospiel? Das muss nicht alles Sinn ergeben. Aber wir haben den Ghost and Spirit Voice Receiver. Und mit dem können wir Kontakt zu Geistern aufnehmen. Und wenn wir denken, ein Geist wäre in der Nähe, können wir fragen, ob ein Geist da ist. Wenn ein Geist da wäre, würde er jetzt in Konversation mit uns gehen. Und dann könnten wir den Geist zum Beispiel fragen, hey Geist, ich habe diese Pistole gefunden. Äh, hat das etwas damit zu tun, dass Dr. Bose, ähm, sich eine Injection Needle irgendwo reingedüngelt hat. You know? So ist quasi der, äh, der Weg. Und man muss dann quasi Situationen weiter rausfinden. Ähm, ich vermute aktuell, dass es vier Geister gibt. Amy, das war ein kleines Mädchen. Äh, Dr. Bose, der Psychiater von Jimmy. Harvey, der Besitzer des Hotels. Und dann wird immer noch von einer Rose gesprochen. Die Mutter von Jimmy. Aber Rose sind wir noch nicht begegnet. Amys Story haben wir abgeschlossen. Amys Story war ganz, ganz sad, aber Jimmy hat ihr die Hand abgeschlagen. Äh, hat sie mit Alkohol abgefüllt. Und dann ist sie im Treppenhaus von oben nach unten gefallen und gestorben. Ähm, und jetzt sind wir gerade an der Storyline dran zwischen Äh, Dr. Bose, dem Psychiater, und Harvey, dem Besitzer. Und bei Dr. Bose war es so, dass Jimmy ihm ein Sandwich gemacht hat. Und da waren Scherben drin. Da hat er Blut gespuckt oder so, genau. Und Harvey hat einen elektrischen Schock durch eine Heizung gekommen. Mhm. Mega gut, dass du das gefragt hast. Macht voll Sinn, dass ich die Story nochmal kurz erklären. Wir müssen nur zweimal, ähm, zweimal spielen. So, wie kamen wir hier wieder raus? So. Das Spiel wird komplett mit der Maus gesteuert. Dieser Raum macht mich fertig, Leute. Ähm, ich fühle mich relativ sicher, dass wir im ersten Stock jeden Raum durchforscht haben. Ich glaube, im zweiten Stock haben wir viele Dinge nicht durchforscht. Es gibt noch so ein paar besondere Gegenstände, wie den Kompass unten. Der Kompass pointet mich quasi in die, in die Richtung von Geistern. Und dann gibt es noch den Scrying Mirror, mit dem ich Storyline sehen kann. Und wir gucken auch gleich in den Scrying Mirror. Ich glaube, das wollte ich eigentlich gerade schon in dem Store machen, aber... Sorry, das Spiel hört sich interessant an. Äh, mega. Ähm, von den Machern gibt es bereits ein anderes Spiel, ein Interactive Murder Mystery Game. Da spielt man einen Detektiv und muss auch einen, einen Fall aufklären. Das heißt, Contradiction. Das habe ich vor zwei Jahren mal gestreamt, als es rauskam. Äh, wo gehen wir lang? 2, 0, 1, 2... Ja, okay, hier lang. Ähm, und da habe ich mich wieder so ein bisschen in Full-Motion-Videogames verliebt. Die haben ja immer so den Ruf, dass sie so super trashy sind. Ah, das war der Autoschooler-Rum. Okay. Aber ich sag's euch jetzt schon, ich bin jetzt schon so am Schwitzen. Wenn dann hier gleich dieser Jimmy irgendwo ist. Aber es ist wirklich Jumpscare. Ich habe ganz cocky gesagt, beim letzten Mal, ich komme mit Jumpscare. Klar, okay, hier waren wir schon drin, weil ich glaube, in diesem... So, ich haben wir quasi schon... ...was zu tun gehabt. Da fragt man sich, wie hungrig man sein muss, dass eben das extra-crunchy-Sandwich nicht merkwürdig vorkommt. Ey, ohne Witz. Also... Nicht alles im Videospiel muss Sinn ergeben. Aber, dass er einfach irgendwie so ein halbes Sandwich... ...mit Scherben gegessen hat. Okay, jetzt ist Jimmy auf dem Stockwerk. Ich glaube, hier waren wir. Ich weiß nicht, ob ich da alles durchforscht habe. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, wir gehen in Richtung Raum 201. Und dann kommt sowas wie 212 und 208 hier die ganze Zeit. Jimmy ist böse. Jimmy ist, wie gesagt, der ist ein bisschen quack-quack. Und wir wissen noch nicht, wieso. Aber wenn Jimmy mich sieht, dann haut er mir einen über. Er bringt mich komischerweise nicht um. Aber er haut mir einen über. Ich muss aber mal kurz sicherstellen, als ich die Tür zugemacht habe. Ich bin jetzt schon wieder so fertig. Es ist noch nichts passiert. Aber dieses Sound-Design in diesem Spiel ist einfach so gut, Leute. Du kannst, wenn du in einem Raum bist... Wo ist Zimmer 201? Kannst du dich in zwei Orten verstecken. Einmal im Schrank und einmal im Badezimmer. In beiden Orten schaut Jimmy quasi nicht nach. Also Jimmy kann in den Raum reinkommen. Das war Koki. Aber wenn du versteckt bist, dann tut er nichts. Und wir haben jetzt halt ein riesengroßes Problem. Wir müssen halt hier wieder rauskommen. Wir sind in einer Sackgasse. Und leider sind wir auch etwas... Ja, das war das, was wir letztens Jungen gemacht haben. Das macht mich so fällig. Ey, wenn der hier gleich vor der Tür steht, na? Das kann dir wirklich... Aber ich will ihn auch nicht rufen, wisst ihr? Nee, nee, Herzi. Ich will ihn auch nicht rufen. Oh mein Gott. Hier ist Zimmer 201. Oh, ey Pflanzi, hör auf. That's it. Er hat gesagt, I can hear you. Ich höre Schritte. Auf Pflanzi, hallo. Ein wunderschön guten Abend. Schön, dich zu sehen. Er ist gerade direkt vor der Tür, Leute. Tim freut sich sehr mit dem Triggern von den Nerds. Mhm. Ja, riesig. Aber ich richte Spaß dran. Die habe ich wegen euch nicht ausgescheinert, damit ihr Spaß habt. Und damit das mit dem Vollzeit-Streamer was wird auch. Weil Job hin oder her, ich muss nichts mehr mietet sein. Oh je, kein Thema für den Stream. Sorry. Ey, meine Nerven liegen blank. Da rede ich so in Unsinn, ey. Aber wo du mit der Maus spielst, dann tut es weh, weil Darksburg, wuhu, hauptsächlich mit der Maus gespielt wird. Ja, ist ja auch halbe League of Legends. Auch so ein Spiel, danach tut einem alles weh. Ja, nee, ey, komm. Also. Komm halt rein, aber dann geh auch wieder. Okay, Chad, wisst ihr was? Der ist für euch. Der ist für euch. Der ist für euch. Der ist wirklich für euch. Maia! Ey. Oh, kann es jetzt bitte einfach mal vorbei sein? Haben wir schon in den Schrank geschaut, Nena? Wir haben was Neues gefunden. Ey, wir waren hier wirklich noch nicht drin. Das war Jimmy übrigens. Warte mal, Feuer? Feuer im Hotel? Ein Hund im Büro? Oh. Alter, wenn ich für euch tanze, bin ich nur um eine Sache reicher. Und das ist um die Erfahrung, es garantiert nie wieder zu tun. Ich glaube nicht, dass jemand Geld dafür bezahlen möchte, mich tanzen zu sehen. Ich habe eine gute Selbsteinschätzung, was das angeht. Wisst ihr was? Zeit für Jimmy Vision. Okay, Dr. Bose. Das heißt, wir müssen Dr. Bose finden. Und das ist Harvey. Das heißt, wir müssen Dr. Bose finden. Und Javi hat, glaube ich, den Sword-Bed oder so. Äh, Tam, weiß nicht, ob du am Handy oder am Browser bist, aber schau mal unten in die Beschreibung. Da habe ich das ganz gut beschrieben. Schön. Hallo, Kampflufe und vielen lieben Dank fürs Folgen. Freut mich, dass es dir gefällt. Was machen wir denn jetzt? Also, ich glaube, wir müssen mit Dr. Bose über, äh, den, den, äh, diesen, dieses Holzding sprechen und mit Harvey auch aber über dieses andere Holzding. Weil ich glaube, wir haben, genau, wir haben nämlich Sword-Beds. Ähm. Und das wurde ein Paddle. Ich glaube, das war das, was bei, was bei Dings hängen. Ja, dann gehen wir halt raus. Warum ist, äh, PR-Berater-XD? Sag mal, dein Job, damit ich ja auch mal kurz XD zu sagen kann. Oh, das war schon wieder cocky, ey. Oh, Helfer. Haha, XD. Sorry, Tam, habe ich jetzt absolut nicht verstanden. Ey, ist Jimmy jetzt bei uns in der Ecke oder nicht? Ah, schön. Da kannst du ja. Oh Gott. Ach so, das ist nur der Raumschlüssel. Das ist gar nichts. Geh mal einfach raus. Es ist so viel schlimmer, weil Jimmy uns noch kein einziges Mal gewaggt hat, ne? Ich hör'n, ich hör'n, ich hör'n, ich hör'n, ich hör'n, ich hör'n, ich hör'n. Tschüss. Ab in den Schrank. Nee, nee. Absolut nee. Ey, das war so knapp, das war so knapp. Er sieht mir nicht. Ich bin ein Overroll und ein frecher Schal. Okay, erst wieder raus. Ey, Jimmy, Jimmy hat mich beim letzten Mal so krass bambuselt. Ihr dürft jetzt lachen, das ist euer Recht. Das ist der Grund, warum ihr hier seid. Das ist der Grund, warum dieser Stream übrigens auch mal eine Community-Challenge war. Ihr habt mit euren Kanalpunkten freigeschaltet, dass ich das Spiel überhaupt spiele. Ey, jetzt haben wir alles cool. Meine Nerven liegen auch blank. Du siehst, ich bin in einer Stresssituation. Manchmal liest man Dinge und versteht sie falsch. Okay, das muss nicht zwischendurch stehen. Alles gut. Und glaub mir, ich trage meine Skits nach Twitch. Ich habe beruflich viel mit Influencer-Marketing zu tun. Deswegen weiß ich, dass ich definitiv kein Influencer bin. Und das Vollzeit-Streamer das Letzte ist, was jemand in meiner Situation machen sollte. Ich bin ein 32-jähriger Mann mit Bart. Ich habe keine Alleinstörungsmerkmal. Okay, wir müssen rüber. Ich glaube, wir gehen uns auch einfach rüber. Was war in der Kiste? War in der Kiste irgendwas Wichtiges? Nee, na? Okay, aber Jimmy ist uns halt so krass auf den Fersen. Der ist hier. Okay. Ich habe schon wieder Schritte gehört. Was ist denn das für ein Bild da oben? Tut dieser Mann etwa so, als wäre er eine Schubkarre? Und tanzt dort ein nacktes Kind in seinem Hohlkreuz? Engländer, ne? Steht hier einfach vor der Tür? Okay, also wir haben definitiv einen Geist auf diesem Stoppwerk. Weil unser Kompass vorhin die ganze Zeit im Rotieren war. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Dr. Bose oder Harvey ist. Ich gehe davon aus, dass es Dr. Bose ist. Aber ich glaube, Harvey war im dritten Stopp mit der Heizung. Du bist sehr wahr, mein Herr. Ich habe Retro angeklickt. Ich habe Retro angeklickt. Ich habe... Chat, könnt ihr bitte mal kurz YOLO in den Chat schreiben? I'm here. Ja. Okay, herzlichen. Was? Du, der deutsche Doktor-Disrespekt? Haha! Das ist eine witzige Vorstellung. Hallo, ich bin Dr. Respekt. Warum kommt er jetzt nicht? Ey, der macht mich fertig, ne? Der Typ, ich öffne irgendwo eine random Kiste. Und er so... War da ein Geräusch? Ich bin Jimmy. Ich gehe lieber mal hin. Und hier so... Jimmy, ich bin übrigens hier. Raum 205 am Ende. Du hast gerade schon gesehen, dass ich durch den Spion schaue. Komm doch kurz rein. Ich bin bereit. Feuer? 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 Ja, ich würde ja fast sagen, nicht steht zwischen uns und unserem Sieg, aber Jimmy steht dazwischen. Also Chat, wir sind in der Sackgasse. Und Jimmy ist in der Richtung, wo wir hinmüssen. Ey, ich bin Tim Tam. Tim Tam? Mein Name ist Tim. Müsste der gleiche Text sein, wo du auch das mit Perverader gelesen hast. Davor, dass ich den mal aktualisiert habe. Ich glaube, früher stand da immer Hallo Items. Ich habe nichts gesehen, aber dieses Geräusch war fürchterlich. Wer sind sie? Oh! Du Gott! Oh mein Gott! Oh! 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 Das kannte ich noch nicht! Alter, oh mein Gott! Was? Wir waren bisher immer im Badezimmer sicher. Oh mein Gott! Ey, ich habe mich so verjagt! Ohne Witz habe ich mich verjagt, Alter! Ist das eigentlich sein Scheißernst? Dass er die Tür dann so einkickt und alles? Look in the first floor! Ha! Ja, danke schön, dass ihr heute beim Stream mit dabei wart. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben at Dead of Night erfolgreich durchgespielt. Es war ein tolles Spiel. Ich wünsche euch noch einen erholsamen Abend. Und macht mich absolut komplett fällig gerade, ey. Guten Abend! Warte, Shuri, was? Spielt man dir dieser Clip ab? Bei mir steht nur, es ist ein Fehler aufgetreten. Guck mal im Discord. Ah, okay, sieht richtig aus. Kuckuck-Penner! Selber-Penner! Meint ihr, ob Natascha mich mal kurz in den Arm nehmen kann? Was hat mich echt fällig gemacht, ey? Hallo, Dennis. Dennis, ich beantworte die Frage nicht. Dennis, geh auf den Discord und guck den Clip an, den Shuri gerade in Clip und Gips gehauen hat. That just happened. Und ich bin noch nicht wieder ganz da. Nee, Tam, du warst gestern schon da übrigens. Ich vertraue Shuri, indem ich das einfach blind anklicke. Wenn der Song gut ist und ich im Sitzen schon anfange zu dancen. Ey, ich glaube, ich habe mir irgendwie auch den Nacken verhoben gerade, ey. Ich bin so erschrocken. Oh, alles sträubt sich hier gerade. Ah, ist natürlich nur Getue, weil es kommt immer gut an bei den Zuschauern, wenn man so tut, als hätte man Angst. So, ich habe jetzt meinen Kaffee ausgetrunken. Der ist schon wieder direkt vor der Tür, ne? Oh, Valheim. Gute Idee. Äh, Tam, tipp mal, äh, Ausrufezeichen Time in den Chat. Oh, oh. Äh, Entschuldigung, wo geht's hier lang? Äh, Entschuldigung, wo geht's hier lang? Ich höre ihn. Fahrstuhl, 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 Fahrstuhl. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich laufe gerade nur der Kompassnadel hinterher. Ich war nicht im ersten Stock. Ich habe nicht mein Geistergerät geholt. Ich habe nicht mein Geistergerät geholt. Chad, ich habe kein Geistergerät. Ich habe kein Geistergerät. Ich sei es. Ich bin ein Geistergerät. Johannes, Herr, ich leideteid. Was ist denn das? Ich habe fast so viele Stunden mit Tim geguckt, wie ich Sims 4 gespielt habe. Zeit. Sehr gut genutzt. Müssten wir unten in die Beschreibung schauen. Der Zeit-Counter läuft noch nicht so lang. Ich stream schon sechs Jahre. Wenn es danach gehen würde, wäre die Zeit bei manchen nur ein bisschen mehr. Aber ich musste irgendwann, glaube ich, mal resetten. Vielleicht 2019 oder so. Wann in der Skala von 1 bis 10 wie schlimm ist es, ohne Geistergerät rumzulaufen? Äh, ja. Ja, genau. Manche Leute sind auch schon selbst in 3er in Sub oder so. Das ist super funktional. Ich glaube, dieses Jahr im September wären sieben Jahre. Sieben Jahre Streamerei. Kräftig, deftig, würzig, gut. Jimmy, bitte bonk mich nicht. Mit dem Holzknüppel auf den Hinterkopf. Oh, Jimmy, bitte bonk mich nicht. Das tut so weh. Ich fall vorm Stuhl. Der ist hier, der ist hier, okay. Nee, hab ich noch nicht, Dennis. Ich hab die Tage noch mal kurz mit, äh, Kuro geschrieben. Zwei Nachrichten, wo ich ihm auch noch mal gesagt hab, wie geil sein Käsekuchen ist. Dass ich den ja, den ja nachgebacken hab am Superwochenende. Hallo, Mathur, es ist schön, dass du da bist. Mir geht's gleich wieder besser, Tatsache. Wenn ich dich sehe, dann geht's mir gut. Okay, es ist Dr. Bose. Was ist das Letzte, was wir mit ihm gesehen haben? Fragen wir ihn erstmal... Achso. Aber Dennis, wenn es da ein Video gibt, schicken wir das mal privat. Ja, wahrscheinlich vor seiner Zeit, aber zu Hugo Punch hat er bestimmt was zu sagen. Anyway. Der ist für den Keller, oder? Wenn du gesagt hast, Jimmy zu lassen, dass du seine Medizin verabschiedet hast, hat das nichts mit dem, was du gesagt hast, über den Krossbow? Das ist doch das, was wir in dieser Vorschau mal gesehen haben. Wenn du gesagt hast, Jimmy zu lassen, dass du seine Medizin verabschiedet hast, ist das mit dem, was du gesagt hast, über den Krossbow? Oh, da gab's einen Hornibunk. Jimmy sagte, ich habe den Krossbow, um ihn zu verabschieden. Ich würde niemals Verabschiedung gegen einen Patienten benutzen. Es war schuldig. Aber Rose glaubte ihn. Wir haben es gemacht. Telefon? Wo ist ein Telefon? Das war es? Ey, die Cutscene haben uns gerade mega geholfen. Nein, Tam. Da musst du dich mal ein bisschen schlau lesen, ob man die Sinn macht. Hallo, Phil. Schön, dich zu sehen. Wie es mir geht, kann mal jemand kurz, Phil, bitte den Clip von gerade schicken? Phil, du glaubst, du bist nicht auf dem Discord, ne? Nee. Aber ich glaub, irgendjemand so liebkopiert, er dir bestimmt schnell rein. Das ist die Antwort auf die Frage, wie es mir gerade geht. Wahrscheinlich an der Rezeption. Oder hast du nicht auch gerade gefragt, was mit dem Fahrstuhl? Warte, was war das? Was passiert eigentlich, wenn man im Fahrstuhl auf das Telefon drückt? Ey, das ist eine gute Idee. Meinst du, der wird nicht angezeigt wegen Penner? Das wäre witzig. Äh, Telefon. Ja, ich würde auch sagen, also auf den Zimmern sind keine. Ich hab nirgendwo was rumstehen sehen. Das war ja ein Clip so. Hä, aber sonst konnte man doch dann immer direkt den Clip abspielen. Das war doch das Geile. Achso, Twitch hat muss... Ah, okay, anyway. Äh, lass mal am Fahrstuhl schauen. Also, ich weiß nämlich gerade gar nicht, ob wir das wirklich schon mal vielleicht ausprobiert haben. Mist. Du bist richtig... Ey, ich hab mich so verjagt. Ich hab gelesen, dass der Unique Link Generator nur Dopplogen drin hat. Äh, keine Ahnung, wie credible das ist. Oh je. I hope not. Ach, das mit der Badezimmertür ist gar nicht mehr drin. Okay. Schon wieder dieses, du hast mich nicht gesehen. Ich geh kurz wieder zurück und dann kannst du um die Ecke kommen. Ist krass, oder? Äh, aber das ist da, der mich bisher erwischt will. Ja. Ich hab Fanartikel. Ich würd nicht Fanartikel sagen, weil ich hab die selber bezahlt. Aber man kann bei Redbubble ein paar Sachen kaufen, ja. Mit meinen Emotes drauf. Das stimmt, das hab ich mal eingerichtet. Auch ganz geil. Die Kaffeetasse hab ich selber, die lieb ich sehr. Ja. Ja, aber was mit der Badezimmertür, das war krass. Ich will halt nicht rausgehen. Aber warum soll ich rausgehen? Musst du haben. Warte mal, ich weiß nicht, ob ich das noch als Befehl hab. Ich glaub, ich hab das irgendwann mal rausgenommen. Ähm, I still got it. Ich muss quasi erst ein Design auswählen. Ich hab das aktuell mit der, ähm, was ist das hier? Oh, mein Rasierer erinnert mich da dran, dass ich, dass ich bitte noch meine Rasur von heute synchronisiere, damit er mir ansonsten eine Statistik hier irgendwie nicht geben kann. Ey, macht mich fertig, dieser Smart-Scheiß, ne? Ja, wie war meine Rasur heute? Sag's mir bitte. Sag's mir bitte. Ja, ich muss den noch reinigen. Danke. Ist auch eine gute Erinnerung, weiß ich. Wie war meine letzte Rasur? Jetzt, komm, jetzt vor allen Leuten. Hoppla. Versuche dich innerhalb von drei Minuten zu rasieren, um deine Haut zu schützen. Du siehst das hier, Handy? Entschuldigung. 38% der Zeit mit kreisenden Bewegungen. Ja, ist doch gut. Habt ihr schon mal probiert, euer Hals mit kreisenden Bewegungen zu rasieren? Können wir nicht mal, ey. Ohne Witz, ey. Kommt mit mir einen neuen Rasierer und dann passiert der Scheiß hier. Aber es ist krass. Ich hab den Akku einmal am Anfang geladen. Ich hab mich mit dem Ding mittlerweile schon sechsmal rasiert. In den letzten zwei Wochen oder so. Äh, ist immer noch bei 50%. Das Studie, ja, der gibt mir Statistiken. Ich weiß auch nicht, was mir das bringen soll. Äh, Phil, was wollte ich sagen? Ich glaub, ja, den Rap hab ich gerade und die anderen was. Wolltest du jetzt kissen? Ey, wenn du Bock hast, Phil, du hast mich schon so krass supportet in den letzten Wochen. Freut mich, dass es dir gefällt. Da ist ganz, ganz große Liebe drin. Das ist wirklich, also ich hab mittlerweile schon die, die Mods, die es hier, äh, gibt. Äh, von drei Künstlerinnen. Einmal von, von Sam, von Lara und, äh, auch bald von Lou. Ähm, ich bin, ich bin sehr verliebt. Ich find das so krass. Die Leute sind einfach so kreativ. Das ist so toll. Es gibt wirklich welche, die liebe ich einfach. Wirklich, die liebe ich. Das ist der Mad, der Mad Eagle zum Beispiel. Den hab ich damals gesehen, als Sam mit dem gemacht hat. Und ich war einfach verliebt in den. Das ist... Peak. Erkennt er auch deinen Hals oder deinen Hintern? Ich glaub, er erkennt dann nur, ob du deinen Hintern-Kreisrunden-Bewegungen rasierst. Aber... Ne? Immer schön Montag bestellen bei Bad Bubble. Geht das nicht mehr? Aber das ist eine gute Frage, Dennis. Ich glaub, Montag gibt's immer 5% oder 10% Rabatt. Auf alle Bestellungen. Ich glaub ja... Ne, das... Das Herz hab ich auch noch. Aber das Herz... Äh, jetzt hab ich heute aus einer anderen Kaffeetasse getrunken. Ich hab ja das, äh, Herr Kaffee-Emote. Ähm, und ich wollte unbedingt... Das hab ich eigentlich so für mich gemacht. Na, und hat Chaddock gesagt, wir wollen die auch haben. Ja, dankeschön. Genau, ich hab halt das Herz gemacht. Und halt auch genau so auf die Tasse, dass es genauso aussieht wie dieses, äh... Wie dieses Emote. Und das lieb ich so sehr. Das ist so toll. Das hab ich sogar damals, äh, auch ein paar Mal verlost. Was echt ganz cool war. Ich hatte mal ne, ähm... Ähm, ne Kooperation mit der GamePro. Ähm, als die ihren E3-Livestream gemacht haben. Und, äh, äh... Ähm, es war E3 2019, glaub ich. Und da war ich bei der Nintendo-Pressekonferenz, war ich der Nintendo-Experte. Oh, ich fühl mich immer noch so geehrt, dass sie mich eingeladen haben. Und hab mit denen im Livestream dann die DPK durchgesprochen. Und, äh, da haben wir auch irgendein Gewinnspiel gemacht. Und da hab ich von mir aus, äh, auch das Kaffeetassen-Emote. Also, dass sie den Motto auf der Kaffeetasse verlost. Das war ne coole Aktion. So auf meiner... Auf meiner, äh, Twitch-beruflichen Laufbahn war das echt so eins der Highlights. Hat mich mega gefreut. Ja, genau, die Red Bubble 4 Show ist leider von der Rückseite, I know. Aber dass sich eh keiner auf diesen Shop verirrt, der, äh... Der nicht diesen Stream schaut, ist das ja relativ... Entspannend. Aber imagine... Du gehst einfach auf Red Bubble... Warte mal, hier war die... Mist. Du gehst einfach auf Red Bubble und verkaufst einfach nur eine weiße Tasse, die mit einem weißen Bild bedruckt ist. Die Bälle, die du dafür haben musst. Ähm, sag mal, findet ihr den zweiten Stock auch so verdammt verwirrend? Jetzt ist er jetzt schon wieder in der Sackgasse. Ja. Es hat es gedauert, dass wir da rausgekommen sind, I know. Telefon hat übrigens nichts gebracht. Oh, ich glaube, ich habe jetzt auswärts den Keller ausgewählt. Und nicht Erdgeschoss. Aber wir können dann mal gucken, ob wir mit den, äh, Rusty Keys, ähm, in diese eine Tür reinkommen. Ist auch ganz gut. War hier nicht noch... Die hier. Okay, die ist noch verschlossen. Hier ging leider auch nichts. Alter. Die klingt so krass. Ich glaube, hier hatten wir eine Cutscene mit Amy. Is it Amy? Haben wir nicht noch Keys? Ich glaube, ich nutze diese Keys irgendwie immer nicht, weil ich bin halt... Äh... Komplett hier Mr. Fahrstuhl. Äh, mir werden irgendwie keine Keys angezeigt gerade, ne? Naja. Äh... Okay, dann... Wollen wir mal Erdgeschoss. Ey, Phil, wie ich gerade meine. Freut mich mega, dass es dir gefällt. Ich bin, glaube ich, was meine Emotes angeht, selber mein größter Fan. Da ist das Telefon. Da ist auch ein Telefon. Oh, warte, hier dreht sich's. Oh! Ich würde never use force like that on a patient, Mrs. Hall. Es geht gegen alles, was ich glaube. Du musst verstehen, er macht es alles auf. Danke. Ist es Dr. Boes? Ist es Dr. Boes? Ich bin Dr. Boes. Also man auch gleich, gleich snippt der und Jimmy löst sich im Staub auf, alter. Zweiter Stock. Das ist alles jetzt schon wieder. Ist jemand da? Wer ist da? Ja, dann zweiter Stock, oder? Stimmt, ich habe ja keine neuen Gegend. Ja, aber vielleicht will er jetzt auch direkt, dass ich wieder hochgehe. Weil ich glaube, Amy war auch einmal nur so ganz kurz hier unten und dann hat quasi, glaube ich, Amy uns auch gesagt, Stuckwerk 1, weil ich, ich glaube, ich dachte ja auch schon mal, ich wäre Darksburg, ich wäre Wondersafe im Badesimmer und dann war ich da auch nicht safe, ne? Bis zum Fernsehen, ja, ich habe fünf Leute auf dieser Steam-Liste. Und weil ich ja hier Bildschirmübertragung machen muss. Okay. Man muss nicht jeden Tod verstehen, der hat mich nicht bekommen übrigens. Frech, genau, der war einfach frech, der war einfach nur, der war Zeitverschwendung, weil ich bin jetzt wieder im zweiten Stock, ich muss den ganzen Weg wieder zurücklaufen, ich verlaufe mich doch hier eh schon die ganze Zeit, warum ist diese Musik so laut? und ich muss meine Spiritbox holen. Ich habe dafür gerade schon mal so eine grobe Richtung, wo diese Nadel gerade hinzeigt, was ganz gut ist. Ey, aber, ey, dieser, ey, also hier der zweite Stock, naja, ohne Witz. Ich dachte immer, ich wäre ein guter Beifahrer, aber ist ja fürchterlich, wie ich hier gerade navigiere. Und man muss halt immer in den ersten Stock und die Geisterbox wieder holen. Und Pullover, äh, ich hab, Phil, ich hab ein T-Shirt mit der anderen drauf. So. Das mag ich auch sehr gern. Er hätte anklopfen können, ja. Der Thomas. Mother. Wir müssen auch diese Mutter noch finden, ne? Also, falls überhaupt ein Geister ist, vielleicht gibt es auch drei Storylines, aber mit Rose hatten wir schon in sehr vielen Dialogen was zu tun. Ja, zweiter Stock. Jetzt nochmal! Jetzt machen wir es richtig. Wo sind wir vorhin langgegangen? Hier sind wir langgegangen. Wo sind wir vorhin langgegangen? Hier sind wir langgegangen. Da rein? Oh, ne. Oh, ne. Was? Welche Cutscene müssen wir hier wieder triggern oder kann ich ihn einfach fragen? Hallo? Is it Dr. Bose? You can't get away from me that easily, Jimmy. I think we should start again, don't you? Why don't you do what I asked you to do this time? That would be a good start, wouldn't it? Is it... Dr. Bowes? Is it Dr. Bowes? Yes. I'm Dr. Bowes. Yo, Chucky Milk ist eine richtig gute Idee, Leute. Gönnt euch. Ich traue auch gerade schon wieder so ein bisschen meinem Kaffee hinterher. Ähm, haben wir hier jetzt eigentlich alles schon gefragt? Ja, ne? Mal schauen, at the pair, at the... Okay, wir haben alles wirklich schon gefragt. Dr. Bowes, da haben wir alle Gegenstände durchgeführt. Ich habe gesehen, du sitzt auf einem Bett, mit Jimmy zu sprechen. Was warst du? I thought when he realized he'd been caught lying, he'd start to engage with me and do what I asked. Instead, he just made up another lief. Only this one was much worse. The worst. Danke, Phil. Das ist lieb. So einen Kaffee habe ich immer nur bei den Studio Valley Streams an, ja. Weil da geht es ja, Tatsache, wirklich. Aber ich freue mich immer wieder auf so ein Spiel, wo es quasi geht. Wir haben ja schon gesagt, wir haben ja Bock auf einen Minecraft-Server ab Sommer zusammen für Streamer und Communities. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich gucke auch gerade schon mal so ein bisschen, ob es da eine sinnvolle Twitch-Integration gibt. Das kenne ich bisher nur von Modded. Mal gucken, ob das mit quasi ja fast komplett Vanilla auch gehen würde, mit dem Carves-Update. Aber wo man quasi im Chat für Kanalpunkte etwas triggern könnte. Und ich kenne es halt nur mit Bits, dass man halt, wenn man Bits spendet, Geld spendet oder subscribt, dass dann zum Beispiel Monsters spawnen und einen angreifen. Ich fände es geiler, wenn es mit Kanalfunken gehen würde. Weil es ist halt ohne Geld. Okay, also Jimmy hat gelogen. Vielleicht hat er dann das Feuer gemacht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Crossbow? warte mal hier steht was anderes was sie gerade gesagt hat hier steht he just made up another lie aber gesagt hat Maya instead he just made up another lie about you eine Lüge über Dr. Bose das hatten wir doch schon dass Dr. Bose irgendwie böse ist the man saying Jimmy lies the man saying Jimmy had lied about the assault who was he it was Harvey he knew Jimmy was lying about me Harvey understood in meiner Wunschliste steht ein Mini guck dir mal den Retro-Pay an sorry Tom ich stehe ein bisschen am Schlauch weil dieses Spiel sämtliche Nerven abfordert was meinst du mit Mini das war es gerade nicht der Heater nee der Heater gehört zur Harvey Storyline vielleicht die Goodbye Note nee Dr. Bose didn't have an answer der Netz Mini oh den müsste ich da mal rausnehmen du die Wunschliste die ist gar nicht aktuell weil kauft eh keiner was von die ist halt quasi für mich immer so für Weihnachten auch so ein bisschen mit wenn die Family fragt so worauf ich irgendwie immer Bock hatte aber ich hab's jetzt die letzten Jahre eigentlich immer so gemacht dass ich mir vor allem so von Familie Freunden noch Arbeitskollegen wenn die gefragt haben mir das Wünschte die hab ich halt gesagt nee mir wär's lieber wenn ihr das Geld spendet ähm das hab ich halt auch gemacht und das ist echt schön die letzten zwei Jahre das hat jetzt echt gut gut funktioniert ähm das wäre halt immer eine echt richtig schöne große Summe an die Deutsche Krebshilfe gespendet haben das war toll da waren auch Leute von euch aus dem Chat mit dabei die gesagt haben äh das find ich besser weil ich mein ja klar Giftsabs und sowas sind halt irgendwie nice aber mir geht's gut anderen Leuten geht's schlecht und äh genauso ist es halt so ja klar 50 Euro Ikea Gutschein ist auch nett aber kann auch Menschen helfen denen schlechter geht so das ist so meine Geburtstagseinstellung und die möchte ich erstmal sehr sehr lange beibehalten weil damit fühle ich mich sehr gut warte mal Diazepam ne das ist Impulsives Lügen ob du an einen Arbeitslosen spenden kannst ey ihr könnt mit eurem Geld machen was ihr wollt ihr sagt glaube ich alle alt genug dass ihr da mich nicht für braucht wenn ihr was ehrenamtlich ist wenn ihr irgendwas gutes damit machen wollt empfinde ich das großartig das ist ein feiner Charakterzug und wenn ihr sagt so hey mir geht's gut ich hab zuerst an mich gedacht mir tut irgendwie ein Fünfer im Monat oder so nicht weh äh dann freue ich mich natürlich auch aber bitte bitte immer erst zu euch äh zuerst an euch denken aber es ist für mich auch logisch ne das ist auch Harvey's Gun ne was haben wir denn noch warte mal die Goodbye Note die hatten da hatte er keine Answer zu was hatten wir noch wir hatten noch violent drawings und Scrapbook Jimmy used to draw the violent pictures und Jimmy made the Scrapbook it was a warning I should have seen it coming you said Jimmy made up another lie about you a much worse lie does that have something to do with what you said about the Scrapbook Jimmy accused me of the worst crime possible he took it from a newspaper story he read he was making it all up it's the police he was war das jetzt habt ihr da irgendwas erkannt Lena vielen lieben dank fürs folgen freut mich dass dir gefällt ich guck mal in den Möwe war das war das wirklich die Rezeption wir waren doch gerade in der Rezeption oder das war das war eine Polizeisirene oder ich muss noch mal kurz hier reinschauen ich bin gerade verwirrt durch diese Gespräche ok Dr. Bose ist jetzt einfach nur noch Ground Floor vielleicht kriegen wir Dr. Bose jetzt durch dann müssen wir nur noch die Muddi finden falls es sie gibt und bei Harvey es sieht für mich so aus als hätten wir das mit dem mit Harvey aber schon mal gefragt mit dem Schaut mal Spot Bats Harvey didn't have an answer aber wir sehen ja ganz klar aber hier steht auch Harvey kept the Bats ach keine Ahnung gehen wir jetzt erstmal zu Dr. Bose Dr. Bose was ist in der Box du 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 nee hier ist doch wieder zur Kasse da lang kein Jimmy ich habe übrigens mal nachgeschaut irgendjemand hat glaube ich dieses Spiel in 6 Minuten oder so gespeedrunnt ich glaube wenn man ganz genau weiß welche Gegenstände man braucht kann man wirklich einfach nur so Wooden Bad Whisky Flasche irgendwie durch vielleicht waren es auch ein bisschen mehr als 6 Minuten aber das war irgendwas richtig richtig schnelles ne ist hinter mir ich habe das in den Kopf vorangehört okay Dubscar ja ja down here oh nee Jimmy Jimmy yes I saw you upset and heard the police banging on the door what was going on warum kommen die denn wegen ihm die Mutter die Mutter die Mutter ich habe mir den Rest von meinem Sandwich gegessen ich habe mir den Rest von meinem Sandwich gegessen ich habe eine ganz schlimme Vermutung ne ich habe eine ganz schlimme Vermutung ne wartet gehen wir mal die Waffen durch ich wette mit euch hat die Mutter umgebracht ich wette mit euch hat die Mutter umgebracht Ja, mir ist ein paar. Okay, erstaunlich. Wenig bis gar nicht gerade hier. Dagger hat da gar nichts? Ist hier irgendwas eine Scherbe? Nee, ist irgendwie... Coil of Wire? Vielleicht erwirkt? Mit dem Feuer? Nee, ich... I never heard about that. Nee. Ist er gerade abgehauen? Ist das sein Ernst? Also ich muss sagen, wir haben das bisher nur bei Dr. Bose gehabt, aber diese Mechanik, dass jemand nach fünf Fragen... Einfach... Äh, Chad, wir waren noch nie hier drin. Ich wusste nicht, dass dieser Raum existiert. Hier ist aber auch nichts, oder? This way! Jimmy! Chat, warum waren wir hier noch nicht? Da geht es anscheinend nicht weiter. Hey, das war locker vorher geschlossen. Das war... Ich wette mit euch, das war locker vorher abgeschlossen. Nee, da war dun... Stimmt, da war wahrscheinlich dunkel. Aber der Kompass zeigt... Der Kompass zeigt jetzt immer noch hier wieder rein. Ist anyone there? Also ganz ehrlich, diese Mechanik ist ein bisschen nervig. Ich will mal kurz schauen, ob wir die Mechanik bambuseln können, indem wir einfach nur einmal kurz hochfahren und dann wieder runter. Aber ich bin mit Dr. Bose noch nicht alle Waffen durchgegangen. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob das mit den Waffen stimmt, aber... So, vielleicht drönen wir jetzt hier einfach eine kleine Runde. Vielleicht schauen wir auch hier mal, ob hier noch irgendwo was... Warte, mir zeigt... Zeigt hier eine Nadel hin? Der Boden ist dreckig. Hier war der Möber. Ist anyone there? Da steht G. Sieht man da eigentlich, wo Jimmy zuletzt hingefahren ist? Nee, da steht G, weil der Fahrstuhl ist ja kaputt. Oder? Nee, der Fahrstuhl... Und da steht, glaube ich, äh... I do not work oder so. Das war eine ganz schön lange Fahrt. Servus. Der... Der Kompass war gerade für einen kurzen Moment wieder so sichtbar, ne? Is it Dr. Bose? Bitte sei mir nicht mehr, Bose. Hallo? Okay, wir müssen nicht sterben, wir können einfach nur einmal im Kreis reden. Das reicht schon. Äh... Is it Dr. Bose? Is it Dr. Bose? Yes, it's me. Wie genervt er schon klingt. Äh... Copperwire hatten wir zuletzt. Paddle hatten wir ja gerade. Ja, kann auch damit... Was hat er hier gesagt? Er teilt die Washing Line und Wallingpin zusammen. Es war ein Experiment. Vielleicht hat er sich damit umgebracht? Vielleicht schon mit dem Tod der Mutter? Wenn du gesagt hast, du entschieden hast, dass du once und für alle kontrolliert hast. Hat das nichts mit dem, was du gesagt hast, über die Washing Line und Wallingpin? Weil Jimmy lebt ja definitiv noch. Er hat die Mutter umgebracht und so kommen wir zur Mutter. Ja, weil wir jetzt runtergehen in den Raum, der vorher abgeschlossen war. Let's go, let's go. Dr. Bose? Das hätte ich dir nicht zugetraut. Krass, hätte ich nicht gedacht. Da, Out of Order steht da drin. Hi, brah. Böse Dr. Bose. Die Bündnis sind nahm mittlerweile. Warten wir die Heizung mal mal schon aufdrehen hier. Vielleicht wollte ich ja auch Stimien murksen und es war nur ein Versehen. Warte, der Kompass? Hier ist irgendwas. Was? Nee. Äh, das hatte ich nicht auf meinem Bingo-Zettel. Ist es Dr. Bose? Ist es Dr. Bose? Hallo? Ist es Dr. Bose? Hallo? Ist es Dr. Bose? Ich bin Dr. Bose, ja. Ich bin Dr. Bose. Ich hatte genug. Ich bin Dr. Bose. Das war ... okay. Hello? Okay, wir haben zwei Storylines durch. Wie viele Prozent nun? Oh, gute Frage. Speicher, Speicher, schneller, Speicher, schneller. Jetzt wissen wir aber auch, warum der Fahrstuhl kaputt ist, klar. 50 Prozent. Hä? Und wenn wir jetzt noch Harvey fertig machen und dann noch eine andere Person, dann sind wir vielleicht bei den 100 Prozent? Fragezeichen? Wo könnte denn, äh, wo könnte denn Harvey sein? Warte mal, wir gehen jetzt mal, wir gehen jetzt mal irgendwo hin, wo wir den, äh, Squammerer benutzen können. Ich glaube, wir haben vorhin schon gesehen, auf welchem Stockwerker war. Ich kann mich aber nur nicht mehr daran erinnern. Mit dem funktionierenden Fahrstuhl? Ne, ich glaube, das war schon. Ich glaube, das war dann schon der Richtige. Ach so, das ist zu hell hier dran. Ich will einfach nur gerade mal in irgendeinen Raum, damit wir das Ding benutzen können. Gehen wir doch in unseren Raum, 1,06. Das ist unsere. Wo ist unsere Sporttasche? Oh, anscheinend war 1,06 doch nicht unser Raum. Aber meint ihr auch, man hat schon die Bühne gesehen vorhin, ne? Vielleicht sollten wir noch mal zur Bühne gehen. Groundfloor? Groundfloor? Ha! Oh nein, der Dödel ist schon wieder draußen. Ähm. Ah, let's go. War Javi vorher auch schon auf dem Groundfloor? Ich dachte, Javi wäre am dritten. Stock oder so gewesen. Okay, aber dann gehen wir mal dem Kompass nach. Oh Zip. Dieses Radio im Erstflore ist denke ich immer da. Und das denke ich immer der Jimmy, der gleich da ist, um zu wonken. Okay, hinten ist jetzt was, weil die Lampe leuchtet. Die Bühne leuchtet. Behold! I am the great Hugo! Is this Jimmy? I stand alone above all others. I am the light which illuminates the darkness. I alone am Master. You noted the great Hugo on stage? Hello? Is someone there? Also das Ding ist, die Nadel zeigt halt irgendwie nach so da hinten, ne? Komme ich da hin, wenn ich... ... 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 Zum Beispiel Link's Awakening, Banjo-Kazooie, aber auch sowas wie Half-Life 2. Warum sieht man die Schlüssel nicht mehr? Hey, Chad, hier war doch mal vorher so ein Ding mit Schlüsseln. Das habe ich mir doch nicht ausgelocht. Irgendwie ist das weg. Ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Das war nochmal, oder? Ja, sag. Was ist unsere letzte Harvey-Sighting? Dieses Spiel wird auch einen besonderen Platz in meinem Hinbekommen. Äh, true, aber Lieblingsspiel ist es nicht. Es ist gut, es ist eine schöne Mechanik, ich mag sowas. Ich bin sehr auf Gameplay-Mechaniken fokussiert, eigentlich als auf Story. Deswegen bin ich immer sehr positiv überrascht, wenn quasi auch sowas mal quasi passiert. Unsere letzte mit Harvey ist, äh... Frage ist, auf welchem Stockwerk das war. Ja, äh, ich glaube, die Antwort ist einfach, weil anscheinend kann ich das Treppenhaus irgendwie gar nicht mehr benutzen. Irgendwas ist mit dem Treppenhaus... Also, vielleicht bin ich dumm, ich mache jetzt diese typischen Gamer-Move. Ich sage einfach, es ist buggy. Spiel ist broken, XD. Aber... Der Fahrstuhl war schon immer mein Freund, warum sollte der Fahrstuhl jetzt nicht mehr mein Freund sein? Ich sage, wir fangen einfach mal an, nach Harvey zu suchen, oder? Wo er quasi ist. Stockwerk 1... Okay. Ähm... Ähm 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 Habt ihr die Schritte gehört? Der war direkt hinter mir Der war Absolut Direkt Hinter mir Gucken wir noch mal kurz an den Was sagt Jimmy Bishop? Harvey Harvey mit dem Sportschläger Auf Stockwerk Gerade stand da komischerweise Ein G Eins Wer ist das? Jimmy Wer ist das? Auch Jimmy Okay Okay Was meint ihr? Ist Jimmy mittlerweile gewandert Oder steht er da immer noch? Ich lasse es mal drauf ankommen Ich gehe jetzt einfach gleich den gleichen Weg wieder hin Hat sich richtig angefühlt Und entweder werden wir gebongt Oh Gott Also Chat Jetzt mal ohne Jetzt mal also Wie kriegen wir den da weg? Jimmy Das ist so dumm Oh Ich liebe es wie grumpy es ist Jimmy Ich habe zwei seiner Geister befreit Funktioniert das eigentlich? Ist das eigentlich so die Mechanik? Ich check wirklich null Wie dieses Spiel enden soll Nur weil ich weiß Was mit Jimmy passiert ist Hört Jimmy ja nicht magischerweise Auf mich zu jagen Und Leute umzubringen Außer ich habe dann endlich die Macht Irgendwie das Telefon in die Hand zu nehmen Deswegen bin ich gespannt Ich glaube wir spielen das Spiel wirklich heute durch Leute Ich freue mich dass ihr mit dabei seid Dass wir hier gemeinsam rätseln Dennis das funktioniert nicht Ich bin abgestumpft Also wenn Jimmy hier jetzt immer noch steht Dann bin ich vorbereitet Da zeigt sie hin Oh Gott Hallo Kraya Schön nicht zu sehen Aber hier hat doch diese Nadel jetzt Ihr habt das schon gesehen Dass diese Nadel hier gerade hingezeigt hat Oder? Ach nein Wir hatten beim letzten Mal Doktor Nicht Doktor Boss Äh Harvey schon Und dann haben wir Harvey wieder zu viele falsche Sachen gefragt Und deswegen gab es jetzt auch nicht mehr dieses Geisterflickern Sondern nur noch die Nadel Och Okay also das Das schiebe ich jetzt mal wirklich komplett auf dieses Ich habe das Spiel seit einer Woche nicht gespielt Naja Ähm Okay warte Was haben wir denn zuletzt Wir haben Kann ich irgendwas zu diesen Sightings hier was fragen? Nein Achso Ich muss ja erst Konfirmen Ja Ich hoffe es geht euch gut Ich habe ein gutes Wochenende bisher Ich habe jemanden auf dem Sighting Einen Performer Erinnerung sich als der große Hugo Ich wusste ihn nicht Ich wusste ihn nicht Es ist Jimmy Beziehungsweise Ich sah Dr. Boss Wir fragen die anderen Sightings auch Denn ich bin ein Completionist What was going on? They were going to arrest him Jimmy had ruined him I didn't believe any of it I saw Dr. Boss Sitting on a bed Talking to Jimmy What was he doing? I don't know I saw Dr. Boss Trying to explain What happened with Jimmy He seemed desperate He was worried about What else Jimmy would make up about And he was right to be Truth Where was the crossbow from? It was from an artery display We used to have Jimmy was wrong Was there a fire at the hotel? Yeah They managed to contain it But I lost a lot of stuff A lot of stuff A lot of stuff Okay Who is Hugo Punch? I don't know Hey, also Sorry Das ist super Sass hier gerade Weil Hugo Punch Ist ja wirklich Jimmy in seiner Kostümverkleidung Das Basement Komm Sag es Boiler Room Door Vielleicht können wir jetzt runter Das ist das Was wir gesehen haben In case I needed I kept them In case I needed them Who does the gun belong to? It was mine Belonged to my father Still had a few rounds with him Who does the dagger belong to? Ich wette mit euch Harvey wurde am Ende erschossen It's not a dagger It's a letter open Letter open It's not supposed to be shot Ja, alles klar Äh Ja, okay Unsere letzte mit Harvey Ist die hier Jimmy knew That was my heater He'd wired the casing Straight to the mains I knew he needed to be taught A lesson He damaged my property So I decided to damage his Ja, was hast du gemacht? Hast du ihm einen Über den Kopf gezogen Mit den Dinger Weil er hat es ja auch so gehalten So In dem In dem Video gerade Das Spiel ist Wesentlich leichter Als Contradiction Finde ich Was gut ist Weil es halt diesen Horrorfaktor mit Er hat den Spiegel kaputt Kaputt gehauen Oder? Er hat den Spiegel kaputt gehauen Und deswegen ist Jimmy Wütend auf ihn geworden Und hat ihn umgebracht Wir müssen jetzt nur noch Rausfinden, wie Weil Jimmy bisher An diesem Morden Noch immer nur so Ähm Nicht wirklich Beteiligt war Ich meine, okay Er hat Amy Er hat Amy die Hand abgeschlagen Und sie mit Alkohol abgefüllt Und deswegen ist sie runtergefallen Er hat Dr. Bost Das mit den Lügen Und Nee 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 Bitte nicht noch mal Swat Nee 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 Ich warte noch auf diesen Bambusel Dass er die Tür von Von innen zumacht, Leute Und einfach jetzt nur noch hier wartet Wenn wir rausgehen, ey Ich glaube im letzten Stream Hat er mich einmal auch auf Chlor erwischt Boah, Amy läuft so kalten Rücken runter Irgendwie ist es hier kalt drin Was meine Heizung auch nicht mehr angeht Aus irgendeinem Grund Aber okay Ähm Ich will noch zum Fahrstuhl Ich will noch mal den zweiten Stock Boah, ich bin auch gespannt Ob dieses Radio irgendwann nochmal eine Bedeutung haben wird Geile Muse Ey, das Sounddesign wirklich Das Sounddesign von diesem Spiel Ich meine, ich habe auch Ich habe auch gute Kopfhörer Aber es ist so krass gut, Mann Es ist Es ist so Es ist so gut Kompass zeigt nach links Ich glaube, wir haben letztens die Woche Äh, echt ein bisschen gebraucht Um zu checken, was Was dieser Kompass irgendwie macht Deswegen kommen wir heute auch ein bisschen Ja, ich werde das kalt zum Beispiel knows Wir werden uns 형 Ist es Harvey? Oder ist er drin? Ist zu distant, okay. Ich glaube, da müssen wir rein. Okay, was ist in diesem Raum? Was hat er hier kaputtgeschlagen? Ey, Phil, ja, Mann. Der Raum war vorher abgeschlossen hier, oder? Oder dunkel oder so? Locker waren wir hier sonst schon mal drin. Nein, wir sind in 2-2-3 und wir haben gerade den Schlüssel für 2-2-2 gefunden. Wir können jetzt in den Raum gegenüber. Wir müssen unbedingt in den Raum gegenüber. Ist es Harvey? Ja, es ist Harvey. Es ist Harvey. Okay, Mr. Hotelproprietor. Ich sah dich mit einem Bate, aus einer Runde. Mr. Batman? Was hast du getan? Das muss auf seine Televäge und Gämskonsole und so. Ich war wütend. Nicht die Gämskonsole! Das war nur das, was er machte, ihn einfach worse gemacht. Er hat bald retaliiert. Ich habe jemals auf den Film gebrochen. sieht man hier auch wieder einen Schlüssel, ne? Keys. Ich glaub, die Keys sind wirklich rausgebackt, Leute, irgendwie, weil sonst wären hier mehr Keys. Ich weiß nicht, wie weit wir mit Havi schon gekommen sind. Wir hatten so ein paar Cutscenes. Ah, das sind die Unused. Smart. Ja, vielleicht verschwinden die quasi, wenn sie einmal geused wurden. He's soon retaliated. Also Jimmy hat sich an Havi gerecht. Wie hat er sich gerecht? Hat er ihn auch einfach umgebracht? Nochmal das Feuer. Jetzt grad mal so. Gibt es auch Sachen für Kanalpunkte, die 1000 kosten, da ich knapp 4000 habe. 1000 kosten aktuell etwas, wenn man in einem Videospiel etwas benennen kann, Phil. Das mach ich ja natürlich immer nur, wenn man auch was benennen kann. Also zum Beispiel bei Study Valley, die Tiere, die adoptiert werden können. Oder zuletzt unser Kind. Im letzten Study Valley Stream haben wir unser erstes Kind bekommen. Das zweite kommt wahrscheinlich so in sieben Tagen oder so. Und das hat dann auch jemand eingelöst und hat das Kind Habitag genannt. Was ich sehr witzig fand. Natascha geht so. Aber zum Beispiel all die Tiere oder so. Ja, oder wenn wir wieder Pokémon spielen, dann kann man auch Pokémon Namen dann so machen. sowas, ne? ja, dann auch Study Valley ist das mit den Kaffeepunkten. Und ansonsten immer Superwochenende. Also wenn ich immer Sonntag stream jetzt aktuell, morgen auch wieder ab 11 Uhr, schalte ich wieder die Superwochenende Rezept-Challenge frei. Das kostet 5000 Kanalpunkte, da bist du noch so ein bisschen entfernt von. Aber da könnt ihr mir ein Rezept Chicken. Das kann was zum Backen sein, was zum Kochen sein. Und das muss ich dann quasi nachkochen bis zum nächsten Superwochenende. Und das war jetzt diese Woche ein richtig, richtig geiler Käsekuchen. Da werde ich morgen Vormittag noch ganz ausführlich drüber berichten. Und ich bin schon gespannt, was ihr als nächstes vorschlagt. Du wirst da sein, wenn das nächste Kind kommt und den Namen geben. Phil Kill. Wenn du schnell genug bist, wäre ein guter Name. Lass uns mal gucken, wann und ob wir wieder Stadio streamen. Weil gerade fühlt sich so einmal die Woche ganz gut an, muss ich sagen. Muss man so ein bisschen schauen, wie Natascha und ich Zeit. Aber nächste Woche wird echt anstrengend. Nächste Woche habe ich beruflich richtig viel auf der Pfanne. Privat ist auch bei uns richtig viel los. Also da weiß ich nicht, ob ich wieder die fünf Streams schaffe. Vielleicht fühlt es ein bisschen weniger nächste Woche. Deswegen genießen wir nochmal das Wochenende heute. Teste doch, indem du 2-2-2 aufschließt. Ob da noch ein Gegenstand drin ist, ne? Ja, jetzt bin ich nur gerade mit ihm hier schon in so einem Gespräch herzeln. Was biet man bei Kanalpunkte? Völlig will ich da nicht in irgendwas reinbeten, weil ich habe Angst, dass es dann funktioniert. Aber das, was Shuri sagt, wenn man eine T3-Sub ist, dann kriegt man einen richtig krassen Multiplayer. auf wie viele Punkte man hier verdient. Allgemein. In jedem Kanal. Aber wenn du speedrunen willst, dann ist das der Weg to go. Jetzt habe ich vergessen, was wir machen wollten. Er hat sich gerecht. Ja, was hat er denn gemacht? Ja, mit der Pistole. Hat ihn erschossen. Ne, warte. Wir haben das Falsche ausgewählt. Harvey with the Bat. Pistole. Keblammo. Jimmy hat bald retaliiert. Hat das etwas zu tun, was du gesagt hast, was du über die Pistole gesagt hast? Mehr Kanalpunkte? Ja. Ja, also du kriegst auch, als Tier 2er, kriegst du auch richtig viel mehr. Okay, warte mal. Das war es nicht. Die Sportbats hatten wir schon. Wir hatten halt echt viele Sachen schon. Fangen wir einfach vorne an. Wenn du sagst, Jimmy hat bald retaliiert. Hat das etwas zu tun, was du gesagt hast, was du über die Crossbow gesagt hast? Das war's. Das war's. Das war's. Track. Ähm, warte mal. Wurde er gerade erschossen? Habt ihr das auch? Wurde er gerade erschossen? War das schon sein Tod? Wurde er gerade erschossen? HW wurde doch gerade erschossen. I'm getting ridged with Kanalpunkten. Komplett. Oh, 2.15. Er ist 2.15 hier nicht direkt nebenan, aber okay, vorher müssen wir zu 2.2.2. Ey, oder? Wir haben das Spiel gleich einfach schon durchgespielt? Weil, vielleicht gibt es diese Mutter doch nicht und das mit der Bühne war jetzt nur so ein Bambusel gerade. ich habe absolut keine Ahnung, Leute, ne? Hä, nee, 2.2.2. Waren wir schon mal drin? Oh, das kennen wir schon. 1.04? Kann es sein, dass sich die Keys irgendwie resettet haben? Seit unserem letzten Stream? ist das vielleicht das Ding? Die Keys haben sich resettet und wir finden sie jetzt gerade jetzt wieder neu. Ja, vielleicht ist es Tatsache das. Okay, 2.15. Phil, das stimmt. Das stimmt. Oh, 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 das wartet uns doch jetzt wieder, oder? Hey, was wollen wir denn jetzt machen? Wir sind einfach tot. Erwartet, erwartet vor unserer Tür und wir sind in einer Sackgasse. Es ist komplett egal, was wir jetzt machen, wir sind jetzt tot. Ich schenke mir jetzt ganz energisch noch ein Glas Wasser hier ein. Gucken wir alle mal. Ja, hier Jimmy, keine Katzenwache. Ja. Schick, du bist es. Ja. Hey, das ist jetzt absolut frech von ihm. Jetzt brüllt er draußen oder irgendein Kram rum. Ich bin Maja. Mir ist das jetzt egal. Ist das sein Ernst? und zwar ein Zünferes Jahr. Ja. 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 Ich habe irgendwo gerade Schläge gehört, Leute. Ey, die Schläge sind so laut. Ist das dein Ernst? Oh Gott. Ey, nee, da ist er wieder, da ist er wieder! Garbo, ich meinte nicht dich! Oh Gott, ey. Dankeschön! Danke für dein Rate. Hallo! Ich hoffe, Yakuza war gut. Hallo, Varas. Schön, euch zu sehen, ey. Wir hatten gerade ein richtig gutes Streak. Wir spielen wieder Dead of Night, das Horrorspiel-FMV, wo Jimmy uns durch das Hotel jagt und ab und zu einen Bonk mitgibt, wenn wir horny sind. Wir waren schon ein paar Mal horny heute. Wurde schon ein bisschen gebongt. Haben wir auch gerade relativ gut mit Geistern diskutiert. Ich weiß nicht, ob ich gleich durch bin. Fühlt es sich so an wie nein, aber wow, Alter. War schon krass gerade. Otter sind da, um Händchen zu halten. Okay, kurze Erklärung. Ihr kriegt jetzt von irgendjemandem einen Clip in den Chat gepostet. Auf die Frage, wie es mir geht. Aber Cabo, es war verdammt gutes Timing. Es ist insane gut. Ich schaue es richtig gern, wenn du das spielst, Mann. Ich schaue es richtig gern. Ich finde die Dialoge, das ist mir alles relativ wurscht, was ist die Story. Aber ich mag den Humor und diesen ganzen Mini-Detailkram und irgendwie sonst was. Sorry, ist das Beste, ja, aber dafür kriege ich zu wenig mit. Weil wir ja gerade uns echt immer so über... Warte, ich kopiere ihn mal schnell raus. Weil wir uns ja gerade echt immer so schnell überschneiden. Habe ich hier reingeschaut. Es wäre geil, wenn es einen Befehl geben würde, der automatisch mal den letzten erstellten Clip posten würde. Das wäre witzig. Es geben würde. Also wir müssen in Raum 2 ins 5 übrigens. Eventuell werden wir jetzt gebongt. Okay, wo ist der Geist? Der Geist im Schrank. Jimmy! 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 Ist es Harvey? Ich glaube, er wurde... ...ins Bein getroffen, na, okay. War das nicht immer, dass sie Otterhähnchen halten sehr gerne an. Ich dachte, du warst in der Fuß mit einem Arsch. Was ist passiert? Jimmy hat gesagt, Dr. Pfeil, als ich die Tür öffnete. Ich habe zu A&D und kriege Stichers und Tetanus-Shots. Wenn ich zurückkriege, konnte ich ihn nicht finden. Rose sagte, er war in der Basement. Hiding in der Basement. Hiding in der Basement. Ey, komm, der ist jetzt einfach. Komm, der ist einfach. Die russischen Kiezen waren für die alten Boiler-Rumme-Tür. Und wo ist der Boiler-Rumme? Er hat ihn eingesperrt. Frech, übrigens. Lass mich raten, wo wir jetzt hingehen. In den Boiler-Rumme? Ja, äh, wir gehen jetzt in den Boiler-Rumme. Geil. Finde ich mega witzig, dass Jimmy da eingesperrt wurde. Bin ich ehrlich gesagt ein Fan von. Weil Jimmy hat in diesem Spiel aktuell noch nicht wirklich genug gelitten. Da ist es schön warm. Ja, im Gegenteil zu diesem Raum hier. Ich fühle wirklich... Ey, das ist so krass, ne? Den ganzen Tag bin ich einfach schon am Frieren in der Wohnung. Oh, und ich habe es noch gar nicht erzählt. Wir haben ja... Waras! Es hat was mit dem Käsekuchen zu tun. Wir haben ja am Dienstag oder so... Haben wir ja diesen Käsekuchen gemacht. Ich glaube, es war Dienstag, Mittwoch oder so. Und wir haben seitdem den Backofen nicht mehr benutzt. Warte mal, mussten wir L, G oder G? Wir mussten L, G, ne? Wir haben ihn nicht mehr benutzt. Und heute haben wir uns Pommes gemacht. Und wir haben den Ofen vorgeheizt. Und sind dann wieder nach nebenan gegangen. Haben ein bisschen Sopranos geschaut. Und sagen wir es mal so. In diesem 5 Minuten, 10 Minuten Vorheizen war einfach das ganze, ganze Wohnzimmerküche komplett unter Dampf. Und wir waren halt so, fuck, was ist passiert. Und... Mit der Geräuschkulisse ist es sehr gut übrigens. Und dann haben wir es erst gecheckt. Der Boden vom Käsekuchen... Das werde ich auch noch mal morgen sagen, als Warnbezündung-Rezept dabei. Der war ja so butterig. Weißt du, das war ja die Butterkekse mit der abgeklärten Butter so untergerührt. Na, die sind halt aus irgendeinem Grund, ist davon ein bisschen Butter, halt durch die Sprengform. Die eigentlich normalerweise dicht ist, aber ist ein bisschen durch die Sprengform durch. Und das war am Backofenboden. Und das hat so eine kleine Pfütze gemacht. Und fragt mich nicht, wie. Das hat so krass gebrutzelt. Das ist halt wirklich so krass geraucht. Da ist mal alle Fenster auf, Ventilator an den Raum, dass irgendwie alles rausgeht. Zum Glück haben wir da keinen Rauchmelder, weil halt Küche. Und dann mussten wir erst mal warten, bis der Backofen abgekühlt ist. Und dann wollte ich das halt sauber machen. Dann haben wir jetzt mit Backofenspray angefangen, den Ofen zu putzen. Und dann hat halt wirklich da, wo die Pfütze der Butter war, die Ränder davon sind halt wirklich wie so karamellisiert. Durch den Zucker aus den Keksen wieder. Das heißt, ich stand eine Viertelstunde da mit Backofenspray, was dann erst mal auch verdampft ist, you know, weil gefährliche Dämpfe und so. Und mit einem Stahlschwaben und hab erst mal das Ding da geschrubbt. Das hat mich fertig gemacht, weil uns hing halt so der Magen in der Kniekehle. Wir hatten schon die Pommes draußen, die dann schon komplett aufgetaut waren. Ja, alles sauber gemacht, alles gut durchgelüftet, nochmal eine halbe Stunde und dann konnten wir ja nicht Pommes essen. Aber das war so, hab ich am Stream Anfang gar nicht erzählt. Das war krass. Man denkt ja immer so, ab einem gewissen Alter fackelt man nicht mehr die Bude ab, aber... Warum können wir nicht in den Boiler... Okay, warte, aber das Ding dreht sich. Was ist Harvey? Was ist Harvey? Was ist Harvey? Hallo Lukas, ein wunderschönen guten Abend. Hallo, grüß aus München. Er ist ja nicht mehr in der Nähe gerade, oder? Warte, wo ist er denn hin? Er ist hier in den Fahrstuhl rein, oder? Oder ist er hier noch irgendwo? Oh, oh, dumm. Hey, Jimmy. What up? Ich glaube, der ist nicht mehr hier. Frage an den Chat, welche Horrorspiele habt ihr zuletzt gespielt? Was? In diesem Spiel seid ihr nun, wer ist euer Anti-Protagonist? Ich weiß gar nicht, was mein letztes Horrorspiel war vor dem hier. Ihr wüsst es eher, weil ich habe es, glaube ich, mit euch gespielt. Ich weiß nicht, ob es letztes Halloween Lairs of Fear war oder so nochmal. Lairs of Fear 2. I don't know. Hier? Hallo? Ich muss dazugeben, ich spreche null Bayerisch, weil ich bin Nordlicht. Ich komme aus Oldenburg, ich wohne nur seit ein paar Jahren hier. Ich habe absolut das Bayerisch Sprechgebot von meiner Freundin bekommen. Ich könnte mir gerne ein bisschen Klönschen nennen, wenn du willst, aber Plattdeutsch kann ich auch nicht. Alter, mein Name ist Tim und ich spreche Hochdeutsch manchmal. Ist jemand da? Ich kann dich hören. Ist es Harvey? Ist es Harvey? Ja, es ist Harvey. Phil, was war denn dein letztes Horrorspiel, wenn du sowas spielst? Was kann man denn einem Boilerwound tun? Man kann die Heizung manipulieren, man kann das Wasser manipulieren. Was kann man noch manipulieren? Gegenstände. Feuer? Was kann man? Was kann man von einem Boilerroom alles kaputt machen? Handgun, Sword, nee. Das mit dem Heater hatten wir schon. Ich glaube nicht, dass es noch mal der Heater ist, aber ich klicke ihn mal kurz an, weil... Ich kenne mich... Du sagst, du warst falsch zu denken, Jimmy konnte keine Damage in dem Basement machen. Ja, die Heizung soll da sein. Hat das nichts mit dem, was du gesagt hast, über den gefährlichen Heater? Vielleicht. 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 Lukas, danke dir fürs Folgen. Freut mich, dass es dir gefällt. Ich spiele Tatsache gar nicht so oft Horrorspiele. Das war jetzt einmal eine Challenge von der Community, die das eingelöst haben. Aktuell spiele ich sehr viel kreuz und quer. Wir spielen gerade Stadivelli mit meiner Freundin zusammen, Binding of Isaac. Wir haben gestern mit Bowser's Fury angefangen. Morgens stüm ich vormittags. Dann machen wir ein super Wochenende. Das heißt, wir gehen ein bisschen durch eure Fotos auf dem Discord durch. Schnacken da so ein bisschen drüber, was so die geilsten Snacks der Woche waren. Danach spielen wir ein bisschen Super Nintendo. Oh, fühlt euch einander. Heizungsrohr ist gut. Aber leider haben wir nie irgendwo je Heizungsrohr gefunden. Broken Mirrors macht keinen Sinn. Coil of Wire. Ja, er hat irgendwas. Du sagst, du warst falsch zu denken, Jim, du konntest keine Schmerzen in der Basis. Ist das mit dem, was du gesagt hast, was du über den Coil of Wire gesagt hast? Vielleicht. Vielleicht, okay. Discord-Namen. Ey, Lukas, wenn du Bock hast, wenn du gleich... Ey, du bist gerade jetzt gefolgt. Wenn du kopfüber direkt in dieses Becken reinspringen willst, dann komm bitte jetzt. Komm auf den Discord, Mann. Gönn dir. Trophies. Turpentine and Lighter. Geht nicht. Schickst deinen Namen, ja, weil das bringt keinem was, ne? Feuer. Wie kann man... Wie kann man denn ein Feuer machen? You said you were wrong to think, Jim, you couldn't do any damage in the basement. Is that connected to what you said about the fire in the hotel? Heizung, sehr heiß. Herzlich, du bist so krass schlau, Mann. Ja, aber Turpentine and Lighter. Also, das Feuer ist jetzt durch Jimmy entstanden, oder? Is someone there? Turpentine and Lighter waren connected to Amy. Es ist schon so, dass die Gegenstände gerade echt immer nur bei einem sind, ne? Können wir den Scrying Mirror benutzen, oder gehen wir einfach auf gut Glück nochmal in den Boiler rum? Ich gehe mal auf gut Glück nochmal in den Boiler rum. Schauen wir mal, was da so geht. Das wäre jetzt in die Evil 2 gemastert, das wäre es bei dir ein Nemesis. Also wäre ich einfach tot? Gott, ich hoffe nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, Chad. Wir haben Resident Evil 1 auch das Remastered mal on Steam gespielt, ne? Ich kann mich grad nicht dran erinnern, ob wir den zweiten Teil gespielt haben. Ich dachte grad kurz, wir fahren jetzt wieder irgendwo anders hin. Ins Super Basement. Hier war also mal ein Feuer. Ich finde, das sieht jetzt nicht besonders schmauchig hier aus irgendwo, aber ich frag einfach mal in den Raum rein. Ich spiele keine Horrorgames, sondern ein Falcating. Ich spiele sie sehr selten. Und wenn, dann spiele ich sie hier mit euch on Steam, wenn ihr Bock habt. Ein wahres Danke grad übrigens nochmal. Weil ich befürchte Schlimmes. Das ist, glaub ich, so ein Abendkröbel. Ist es, Harvey? Ja, es ist Harvey. Ich habe einen Feuer in der Basel gesehen. Ja, komm mal. Was ist das? Was ist das? Was ist das? ... bevor es aus der Hand kam. Oh, Fotos und Letzte und alles, was da drin war, waren alle auf die Fläche. Jimmy war aus dem Kontrollen. Ich hatte genug von ihm. Ich wollte ihn weg. Ich wollte ihn weg. Können wir jetzt den Crossbow nochmal nehmen? Können wir jetzt einfach fragen, ob er jetzt Jimmy mit dem Crossbow umgebracht hat? Wenn du gesagt hast, du wolltest Jimmy weg. Hat das nichts mit dem, was du gesagt hast, über den Crossbow? Vielleicht. Vielleicht. Deswegen hat er den Zauberer eingeladen. Ja! Ja, bitte! Oh, das geht nicht. Man muss das Heiting bei einem Objekt machen. Okay, schade. Okay, aber I wanted him gone ist eine klare Ansage. Er hat Jimmy umgebracht. Hat ihn erstochen mit dem Briefartner. Wenn du gesagt hast, du wolltest Jimmy weg. Hat das nichts mit dem, was du gesagt hast, über den Dagger? Teilegang war Rast. Teilegang. Ich weiß es sehr zu schätzen. Wenn er Maybe sagt, gehört das zur Storyline, aber es fehlt noch etwas. Das war's, I know. Ich mein, wenn wir jetzt ganz drastisch sind, hat er ihn einfach mit der Pistole jetzt erschossen. Does that have something to do with what you said about the gun? I'd lost him. I was seen, right? I hated him. I lost control. Ich glaube, ich glaube auch, dass wir nur Resident Evil 1 gespielt haben. Und über das 2er Remake habe ich nämlich auch schon richtig viel Gutes gehört. Oh ja, ich spiele Pokémon Go, ja. Ich mag das sehr gerne. Ja, dann jetzt 2. Stock, oder? Chat, jetzt mal kurz euch gefragt. Wenn ihr es wisst, antwortet ihr nicht. Wenn ihr es nicht wisst, dann sagt ihr mir es jetzt mal. Glaubt ihr, dass es noch eine Storyline gibt? Oder sind wir mit Harvey quasi dann gleich durch? Durch alles. Ich habe wirklich keinen Plan. Das fühlt sich gerade komplett wie Ende an. Ich weiß nicht, ob die Mutter existiert und was das mit diesem anderen Raum da sollte noch. Wirklich absolut gar keine Ahnung. Das 2. Remake ist insane gut. Hast du es angespielt? Und damn. Geil, Mann. Nee, Lukas, ich glaube nicht. Nee. Du bist doch nicht auf dem Disco. Nee. Bitte nicht beim Buseln hier, okay? Wir sind alle über 18 Jahre alt. Wir sind alle ehrlich zueinander. Bitte behaltet das bei. Okay, danke. Okay, Jimmy ist auch hier. Ja. W-W-Wodem? W-Wodem? Da? Huh? Get out of the hotel, Jimmy. Get out of my hotel. This is my hotel. Get out of my hotel, Jimmy. Okay, aber die Kornasnadel, zeigt die jetzt hier rein oder nicht? Alter! Geh bitte mal kurz ins Bad. Ich bin erschrocken. Oh, war das gut. Um es wie ein Geist zu sagen. Plot Twist. Letzte Storyline ist Jimmy. Das wäre krass. Wie viel Bock ich auf Village habe. Kevro, bei Village komme ich definitiv ins Horny Jam. Da werde ich gebongt. Ich habe ganz, ganz großen Bock drauf. Wirklich. Nochmal wirklich kurzer Disclaimer. Das ist wichtig. Ich habe für Capcom gearbeitet. Ich habe Resi 7 PR gemacht. Das ist nicht zum Angeben. Das ist einfach nur, damit ihr wisst, warum ich das sage. Aber ich liebe es, was wir mit dieser Reihe gemacht haben. Ich habe so Bock auf Village. Ich hoffe, dass ich einen Key anfragen darf. Ansonsten wird sich dieses Spiel sehr wahrscheinlich zeitnah zum Release gekauft. Ich habe so Bock drauf. Warte mal, er ist ja nicht in diesen Raum gegangen. Er ist in den ersten Flur weitergelaufen. Ist es Harvey? Ist es Harvey? Ist es Harvey? Der Spirit ist Mac in Contact. Okay, wir sind ja in der Nähe von ihm. Ja, echt Film. Deswegen. Ich habe das ganz klar getrennt. Mir ist es wirklich ganz wichtig, dass ihr da Bescheid wisst, was ich beruflich mache, weil das halt einfach Überschneidung hat. Auch zu meinem Stream quasi. Ich habe nicht direkt für Capcom gearbeitet. Ich habe in einer PR-Agentur gearbeitet, die den deutschen Kommunikationsauftrag hatte für die PR-Betreuung zu Resident Evil 7. Deswegen habe ich da unten quasi Kunden etc. aufgelistet. Das ist sick. Ich muss sagen, ich habe beruflich mittlerweile schon viel gemacht. Viele Sachen durch, viele Projekte, viele Themen. Von komplett krass B2C-Kommunikation zu mittlerweile nur noch B2B. Auch weg von Games hin zu Film und Fernsehen. Ist geil. Ich liebe diese Themenvielfalt, die mein Job mitbringt. Die ganzen Herausforderungen, die kommen, ist das Traumjob. Ich meine, jeder wird über seinen Job sagen, der ist anstrengend wie Sau. Kommunikation ist anstrengend wie Sau. Aber es macht Bock. Und ich möchte auch nicht ausschließen, dass ich mal wieder im Gaming-Bereich arbeite. Aber aktuell habe ich da nichts in Aussicht. Ist jemand da? Jetzt möchte ich erstmal wissen... Ich kann dich hören. Ist Harvey da? Ist es Harvey? Ja. Keine Angst, ich lade euch nicht in eine Telegram-Gruppe ein. Ich sage nur, kommt auf den Discord und dann sagt ihr, bin ich schon. Lachen wir alle mal kurz. Äh, aber danke für die Ablenkung, ne? Äh, aber danke für die Ablenkung, ne? Ich fühle mich gleich viel weniger gruselt. Okay. Okay. Äh, okay. Jetzt mal ganz kurz. Ähm. Ich habe nicht gedacht, dass er auch in den Arm 2 ging. Ich bin mir ganz sicher, dass jetzt der Moment ist, wo Harvey stirbt. Und womit stirbt ihr? Richtig. Ihr habt es korrekt erraten. Er stirbt mit dem Crossbow. Wenn du sagst, dass du nicht gedacht hast, dass Jim auch in den Arm 2 wäre, hat das nichts zu tun, was du über das Crossbow gesagt hast? Ja. Nur Grusel, just Bambrusel. Ähm, ja. Aber nicht der Crossbow. Wir können die Liste jetzt nochmal kurz wieder weiter runden. Also jetzt gerade am Ende in der Storyline habe ich das Gefühl, es sind wirklich nur noch Waffen. Ist es der Dagger als nächstes? Pistole hatten wir es überhaupt, jetzt hatten wir es jetzt der Dagger. Wenn du sagst, dass du nicht wussten, dass Jim auch in den Arm 2 wäre, hat das nichts zu tun mit dem, was du über den Dagger gesagt hast? Es war nicht sogar ein Dagger. Ich habe nie gelernt, dass Jim immer nur ein Schritt zu gehen. Ich hatte immer einen Schritt. Ich habe nichts erkannt. Ist jemand da? Oh. Äh, äh... Scrying Mirror? Jimmy Vision to the help? Ich weiß nicht, ob es was zu bedeuten hat, aber da waren noch jetzt gerade auch keine Jimmys mehr drauf zu sehen, oder? Ich habe jetzt keine Jimmys mehr gesehen. Ich habe das Gefühl, wir werden nochmal so hart gebombt gleich. Ähm, falls wir je dieses Stockwerk verlassen werden. Oh, Gott sei Dank. Oh, oh. Oh Gott. Oh, das ist echt so knapp gerade mit dem, oh Mann, na? Oh, oh. Oh Gott. Oh Gott. Ich rede sie wirklich immer gern. Ich rede da gern drüber, aber nicht so proaktiv, weil... Ich will halt nicht damit angeben. Weil es halt auch nur ein Job, ne? Da? Links? Jetzt müssen wir hier rein! Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Ja, Backstage. Oder auf der Bühne. Backstage. Es war Jimmy. Backstage auf der Bühne. Mit dem Brieföffner. Wiew, wiew. Das ist ja ekelhaft. Ich bin hier. Hier, Jimmy. Übrigens. Jimmy, ich hab... Hier. Jimmy, ich hab die Leiche von Harvey gefunden. Das ist noch nicht nach 22 Uhr. Oh Gott, wieso? Harvey, bin gestabbt übrigens. Ist es Harvey? Ja, es ist Harvey. Sag mal, Harvey. Was ist da passiert? Das ist ein bisschen wie bei Majora's Mask, wo man sich erlöst hat, oder? Ja, aber sind wir jetzt durch, oder was? Was ist das jetzt? Was ist das? Was ist das? Okay, wir sind Harvey durch. Ey, es ist wirklich halbe Speedrun heute. Aber... Okay, wie viel Prozent haben wir? Wir haben 70 Prozent. Aber da ist jetzt noch was. Da ist locker noch was jetzt. Können wir gehen? Hat sich die Tür geöffnet? Nee. Ist das Hintertürchen? Hat sich jetzt irgendwas geändert? Alter, wie laut ist diese Tür? Kann ich hier irgendwo den Squaring Mirror benutzen? Ist hier nicht dunkel? Hier ist doch dunkel. Ich glaub, hier unten geht's irgendwie nicht. Okay. Ähm. Sollte mir das gerade sagen, wo wir hin müssen? Ach Gott. Okay, äh. Lass mal einfach jetzt in irgendeinem... Ich muss mir das nochmal angucken. Wie das aussah. Und ich rate jetzt mal dritter Flur, weil... Wir haben auf dem ersten und zweiten Flur jetzt... Also wir hatten auf dem ersten Flur die Story von Dr. Rose. Wir hatten auf dem zweiten Flur die Story von Harvey. Wir hatten im... Keller, die Story von Amy. Also wenn es eine dritte... Äh, vierte Story gibt mit Rose oder mit Jimmy oder mit irgendwem anders... Ähm. Dann ist sie wahrscheinlich auf dem dritten Stock. Oh. Keine Ahnung. Oh, aha. Mhm. 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 Komm. Hör halt auf. Mhm. Mhm. Haben wir gesehen? Sind wir da? Warte mal. Von Arthur ist die Geister und Jimmy gibt es gar nicht. Ich bin einfach nur psychisch krank. Stell dir alles vor. Halbe Shutter Island. Ist die Mutter! Hä? Hä? Das stand jetzt... Mutter, zweiter Stock und dann Zimmer 301. Ist das... ein Fehler? Stimmt, dein Gas war Bad Trip im Hotel, weil die eigentlich aufs Festival wollten. Naja. Ja. Ich hab... Ich kann immer noch... Ich hab keine Ahnung, wie das Spiel ausgeht. Aber wenn das jetzt die letzte Storyline ist, Leute, dann spielen wir das Spiel... Meint hinter, kommen wir dran vorbei? Zip! 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 Da ist dein Jimmy hinter... Oh, das war der Stuhl, das war der Stuhl, das war der Stuhl. Oh! Wir sind einfach an ihm vorbei gesinnt! Ich war in den dritten Stock um in den zweiten zu fahren, True Ganz knapp, nee, es war einfach nur Cocky Aber Hier waren die Mirrors Ist hier irgendwas Mehr Zips als in Sonic's Reduance hier Also wir gehen davon aus, dass hier was ist Weil direkt nach What's Your Name schon gleich gefragt wird Na? What's Your Name? What's Your Name? What's Your Name? Um 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 Aber Plumpsklo, um Dritten zu installieren, ist schon mutig. Hä, wir waren doch gerade... Waren wir nicht am Anfang des Streams? You noted man shouting and child crying. Ist das jetzt ernsthaft? For real, der Vater von Jimmy hat die Mutter umgebracht und deswegen ist Jimmy... Quail, quail. Hello. Ich liebe es, dass ich gerade immer nachgucken muss, ob jemand PogChamp oder Komodo halt postet. Weil ich wissen will, ist er ein guter oder ist er ein guter? Okay, was sagt jetzt der Möwe? Wir waren jetzt hier. Aber wer ist dann Rose? Die hat schon die Mutter, oder? Die Person hier ist doch Rose. Aber die sieht halt für Mutter so jung aus. Zweiter Stock. Rose ist die Mutter von Amy? Nee, Rose ist die Mutter von Jimmy. Äh, es wurde auch über Amys Eltern geredet, aber da die nie weiter vorkommen und sonst was, ähm, gehe ich nicht davon aus, dass da noch irgendwas ist. Hallo, Orfs, schön dich zu sehen. Hallo, Jimmy, schön dich zu sehen. Oh, war das knapp. Oh, wie knapp das war. Und, Sim, hallo, Mari. Hallo. Vielen Dank für deinen Rate. Hallo, wir spielen auf Dead of Night. Das ist ein großer Horror-FMB-Spiel. Ich wurde schon ein paar Mal gebongt. Mir geht's sehr gut. Moin! Maria, lass mich, lass mich bitte mal kurz hier in einen sicheren Raum gehen. Dass ich hier nie nur gebongt werde. Dankeschön. Dankeschön für den Rate. Danke für 40 Monate, die zwei Unterstützung. Hallo, Reschbeinbande. Ähm, ist ein Horrorspiel. Kurze Disclaimer am Anfang. Es gibt Jumpscares. Die kriegen mich. Deswegen bin ich so ein bisschen auch selber schon hier, sippidi-du gerade, aber... Auweia! Ja, haben wir Spaß. Hallo, Swerve Down and Laugh Down. Schön, dich zu sehen. Oh Gott. Mari, verrate mir. Wie viel Spaß hattest du mit Mario heute? Ich hab mich so gefreut, dass du's gespielt hast. Es gibt nicht so wenig Mario. Drei Geilmann. Bitte einmal den Clip schicken. Ja, da bestimmt jemand von euch gerade hier und copy-paste. Füllst uns Pussy, du ihn schnell. Hä, was ist das? Das ist der Flur. Das ist der Flur mit den Luftball-Lockens. Perfekt. Nein, Marie, nicht wie viele Sterne. Nee, nee, nee. Ich hab nicht nach Progress gefragt. Ich hab gefragt, wie viel Spaß. Ob man in einem Spiel gut ist oder ob man da schnell durchkam oder sonst was. Das ist ja wurscht. Ob man Spaß hatte. Das ist wichtig. Gute Zeit. So wie ich das jetzt hier gesehen habe, müssen wir einfach nur zum Fahrstuhl raus, oder? Mach hier nix mehr. Mordet doch selber. Danke euch. Ja, aber der Clip aus dem Stream ist ja ganz gut zusammen, finde ich. Danach wurde ich vor allem noch auf dem Klo geswattet. Ich hab mich ja im Badezimmer versteckt. Und Jimmy hat die Tür eingetreten, Mann. Ich hab mich so hart verjagt. Hä? Als jetzt... Hier ist grad das... Wo müssen wir denn hin? Müssen wir auf den Klo? Was sag denn die Nadel? Was sag denn die Nadel? Ja, I don't get it. Was will der da? Da weiß ich, ich war doch grad im Flur. Oder war nix? Hör mal auf, so sympathisch zu sein. Neben dir fühlt man sich hier voll wie ein schlechter Mensch. Wait, what? Hab ich was Nettes gesagt? Nee. Glaub nicht. Ich weiß, was denn das hier Phase ist. Geisterphase. Perfekt. Deine Sprache wird dir nicht geduldet. Das ist ein cleaner Chat. Danke. Über diese Moderatoren, die denken sie, wir haben was Besseres, ne? Da war sie. Ja? Da war sie. Da war sie. Aber da war sie. Da war sie. Aber da war sie. Was denn nicht gut? Lady Explaining the Dagger? Waren wir nicht gerade exakt auch hier? Wir haben versucht, hier ein Gespräch zu führen. Verdammtes Lady Explaining, ey. Hassig. Okay, wo ist sie denn hingegangen? Hier? Ist jemand da? Ja, wo ist sie denn? Ist jemand da? Lady! Ist sie in den Store? Nee, die ist ja nicht in den Store gegangen. Oder ist sie da jetzt drin, weil sie ja langweilig ist? Ist jemand da? Hallo? Hä, aber die ist doch in die andere Richtung gegangen. Warum wurden da die Stimmen leiser? Was ist dein Name? Rose. Rose Hall. Das ist mein Hotel. Äh, Entschuldigung, das Hotel gehört Harvey. Er ist der Proprietor. Bitte, Ladies, plant mir nicht und sagt, dass es Vermieter heißt. Danke. Okay, wir haben Rose gefunden. Es gibt eine vierte Storyline. Geil. Äh. Oh, wenn sie wüssten, wie viele Fragen wir ihr jetzt stellen können. Hey, Chad, ich hoffe, ihr habt noch ein paar Snacks. Dieser Stream geht jetzt in Overtime. Oh, Rose. Wenn du wüsstest. Sag mal. Sag mal, Rose. Was ist eigentlich mit Amy? Das ist ein Ex sind leer. Das ist der wahre Horror. Okay. Aber fragen wir sie mal nach dem Schwert. Jo, passiert einem schon mal, ne? Dass man so eine Ritterrüstung mit Schwert verliert. Okay. Wieder viel zu viel Spaß. Mir geht es schon wieder viel zu gut gerade, ey. Mercedes. Ist das jetzt der nächste? Das war es jetzt schon wieder. Entschuldigung, Rose. Bobcon und Kaffee. Er ist eine gute Mischung. Aber für manche Leute ist Kaffee um diese Uhrzeit jetzt keine gute Idee mehr. Ich sehe da nicht zu, aber ich brauche keinen Kaffee mehr. Der von Stream anfangen, der tut seinen Dienst. Das ist schnell das Richtige. Ich habe ja nur das Sighting gefragt. Wir müssen am Anfang bei jedem Encounter ja immer einmal zuerst das Sighting. Klar machen, wie wir den Geist gesehen haben. Und dann können wir das Sighting ja mit einem Objekt zusammenfassen. bringen. Aber vielleicht, weil es der erste Encounter mit ihr war. Vielleicht war das mit Amy und so auch schon das direkt das Erste, was man fragt, gleich schon so die Story voranbringt. Dann fragen wir Rose mal nach dem Mercedes, würde ich sagen. War das überhaupt ein Mercedes? Ich habe aber keine Ahnung von Autos. Ich würde immer gerne mal hinter diesen Tresen, ne? Und dann mir einfach alle Schlüssel... Schlüssel nehmen. Können wir jetzt hier rein? Ne, da waren wir schon. War das die Tür? Otto macht Brummen. Ja, und Pferdekutsche macht... Oh Gott, diese Tür, ne? Lass uns nicht Frank Rosin sehen. Okay, der Kompass dreht hier durch. Ich frage jetzt einfach mal die Tür. Wie ist das? Hallo? Es ist halt mega laut. Hallo? Vor allem haben wir sie noch gar nicht nach Man-Shouting und Schild-Crying gefragt, ne? Nee. Nee. Hä, gab es noch einen anderen Ausgang? Hä, warte mal, wo zeigt dieser Kompass jetzt hin? Warte mal, von hier? Oder warte mal, triggere ich diese Cutscene gerade zu schnell? Was hinten bei mir auf dem Bildschirm läuft? Ich habe mir jetzt zur Beruhigung... ...habe ich mir eine Zugfahrt angemacht. ...weil... ...ja... ...das beruhigt mich. I'm a simple man. IC-Zug, ich bin beruhigt. Ey, Toypo, bevor ich dir hier irgendwas zukommen lasse, sage ich danke für den Resub, den du einfach hier... ...ääh, still und heimlich übrigens es gemacht hast, gestern oder so. Dankeschön. Danke für den Support, hallo. Aber Zugfahrt-Kanal, okay, ich habe einfach random 10-hour-Train-Drive gesagt. Heute um 11? Oh. Okay. Vielleicht bin ich mit AM und PM nicht so gut. Wir stehen doch jetzt genau da, wo wir hinsollten. Was im hinteren Raum rauskommt, der aus dem Flur. ...warte. 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 Jimmy. Es war noch nicht mal ein wirklicher Jumpscare, aber es war einfach gruselig. Ja, die pack. Ja. So, wir fragen uns jetzt erstmal, was hier los ist. Wir sagen ihnen, was er sagt. Wer war er? Ich wusste nie, was er wollte. Es war nur eine Sache, die ich ihm geben konnte. Tier 3 ist ab. Ich wusste nie, was er wollte. Es war nur eine Sache, die ich ihm geben konnte. Loch im Badezimmer? Ja, Jimmy. Ja, indem er einfach Leute umbringt. Nur aus irgendeinem Grund ist es wie Rollercoaster-Tycoon. Je mehr Leute sterben, umso mehr Leute gehen in den Park. Okay, was ist hier das Ding? Anscheinend war Jimmy irgendwo. Lass mich raten. Im Knast oder in der Irrenanstalt. The police understood. It was self-defense. Ach nee, es war nach dem Mord an Harvey. But it changed him. He started helping run the hotel and he found a way of bringing in more guests. Das einzige, was es sein könnte, ist... Äh... Dieser Auftritt, den wir gesehen haben. Dieser Bühnenauftritt. I saw someone on stage. Yeah, the great Hugo on stage. Announcing himself as the great Hugo. Hello, Carters. He was a magician. And an entertainer. He bought the hotel to promote his stage show. Jimmy had this hotel gekauft. He became famous. He was on television. I worked as an assistant. And things developed. Ah, okay, chat, okay, chat, okay. Hallo, Carters erst mal. Schön, dass du da bist. Ich wurde heute schon ordentlich gejumpscare-bambuselt. Ich vermute, wir sind in der letzten Storyline. Wir haben drei Storylines jetzt insgesamt abgeschlossen. Aus dem letzten Stream Amy. Heute Dr. Bozo und Harvey. Und wir reden jetzt mit der Mutter von Jimmy. Wir wurden heute nicht so oft gebongt. Ich habe heute irgendwie keine guten Nerven, merke ich gerade. Vielleicht lag es aber auch vorhin gerade so ein bisschen an diesen Gesprächen, und die ein bisschen weird waren. Aber wir sind erstaunlich gut. Jimmy, we're an acted hostel, ja. Ich glaube, wir kommen hier gerade echt relativ gut durch. Also es fehlt, glaube ich, nicht mehr viel. Wenn man ins Menü geht. Wir gehen gleich mal ins Menü. Aber wir sind locker 80 Prozent, glaube ich, durch jetzt. Also meine Vermutung, wie die Story jetzt ist. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keinen Plan. Jimmy found a way, also dass halt mehr Leute ins Hotel kommen. Wie hat er das geschafft? Indem er halt diesen krassen Magier, diesen hier Great Hugo, mitgebracht hat. So, aber... Wo ist Hugo Punch? It was Jimmys Comedy-Act. The Great... Warte mal, das sind zwei Hugos. Das ist nämlich der Hugo, das ist der Magier, mit dem hat die Mutter bamboozelt. Jimmy fand das alles nicht so geil. Dann ist dieses Ganze mit Kinn schreit und Mutter weint. Und... Aber warte mal, wenn es das Siding nicht ist, ist es vielleicht das? Genau, Hugo ist der Vater. Und er hat ihn jetzt halt hier mit reingeholt. Und deswegen... Ja. Und das ist das alte Ego, ja. Und das ist auch der, der alle umdringend. Weil er hat ja eine gespaltene Persönlichkeit. Das ist ja die Prämisse von dem Spiel. Die gespaltene Persönlichkeit. Es puzzelt sich so langsam jetzt gerade. Ich hab nichts verstanden. Ich hab absolut nichts... Hä? Was ist das? Was kommt hier raus? Es ist... Es ist ein Auftritt. Ey, wie es auf einmal... ...still ist. Die End ist nahe, ja. Und es endet halt mit dem Keblemo. Hier dreht sich alles. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage. Your entertainment for this evening and Mr. Hugo Hutch. Any talk, James? Das war ein Babysch. Ist es Rose? Ist es Rose? Ist es Rose? Ja. Ich bin Rose. Ich bin Rose. Das ist das Intro. Ey, wenn ihr letzten Stream dabei wart, wie wir das Spiel gerade angefangen haben, das Spiel hat angefangen damit, dass Jimmy, nachdem er Maya begrüßt hat, in einen Spiegel geschaut hat, ein Streitgespräch mit sich selber geführt hat, das nochmal zu gespaltene Persönlichkeit, dies, das und ist richtig wütend geworden, ist richtig nett geworden. So halbe Gollum quasi. Und ich wette mit euch, der ist es jetzt. Wir haben die Story quasi durch. Wir müssen sie jetzt nur noch durchspielen. Ja. Wir müssen sie jetzt nicht mehr aufpassen. dass du mir selbst auf dich schreckt und sich nervös bist, ist das verbunden zu dem dugegegnen Schmerzen? Komm, komm! Brecken die Schmerzen war nur ein Start. Ich habe ihn gefragt, aber er hat nicht erinnert sich zu tun. Und andere Dinge zu tun haben, haben sich zu passieren. Was du gesagt hast, Flur? Es sah aus wie dritter Stock. Dieser Teppich, dieser fancy Teppich ist dritter Stock. Da waren wir jetzt oft genug. Okay, wo ist das denn weg? Okay. Mein Schatz, ja. Komm, let's go. Let's go. Maya, du hast das Ding in der Tasche jetzt. Zip, zip, zippe die du. Ich habe ein bisschen Angst vor dem letzten ultimativen Bumbusel. Wenn der genauso gut geskriptet ist, wie alle anderen Sachen wissen, dann werden wir von Jimmy irgendwo richtig hart gebombt. Irgendwo da, wo wir uns safe fühlen. Im Erdgeschoss, im Fahrstuhl, in so einem Storage-Room. Irgendwum kriegen wir einen richtigen Bonk ab, ey. Das war ein Waschbecken. Ne, es war so ein Tisch und ein Stuhl davor. Ja, das hier war das. Das hier, genau das. Oh, oh. Ha, 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 ha! Oh! Alter, oh! Nee! Der hat einfach da oben gewartet! Oh, oh, oh. Das war nicht so fettig, ey. Hey. Ey, und ich sag noch, wir werden gebombt. Aber war das jetzt ein geskripteter Bonk? Weil der war ja einfach instant da gerade. Wir sind noch im dritten Flur. Okay, er hat uns unsere Geisterbox weggenommen. Der hat dich so gar nicht bekommen, weil ich hab ja gewarnt. Ja, aber ich hab jetzt... Also ich dachte mir, es kommt nochmal ein krasser Bonk, aber nicht, dass er direkt bei der ersten Drehung kommt. Okay, wir müssen uns schnell kurz einmal in Ersten, ey. Ja, Hauptsache, ihr habt Spaß. Ha, ha, ha! Hey, Leute, das Radio hier ist jetzt aus. Das war die ganze Zeit vorher an, jetzt ist es aus. Ja. Oder war das, weil der die ganze Zeit schon dieser Rose-Encounter war? Und ich bin immer so schnell durch diesen Flur gelaufen, dass der nie gekommen ist? Vielleicht. Bonk, 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 die Bonk. Seine Bonk, 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 die Bonk. Oh, Bonk. Okay. Dritter Stock, zweiter Versuch. Hallo? 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 Ist Jimmy immer noch da oben? Wo wurden wir denn grad gebongt? Wurden wir hier gebongt? Dafür hat Jimmy jetzt halt hier das Radio angemacht, ne? Da ist Licht, da ist Licht geflackert. Hier? Ich glaub, wir sind grad immer mal so ein bisschen stehen, um zu gucken, ob irgendwas... Hier ist das Radio. Oh, was? Kompass, Kompass? Relativ cray-cray. Das ist mega laut. Das ist mega laut. Ich kann sie sehen. Ich stehe nicht über die in einer Bitte nicht wieder bonken Nein Bitte nicht Wir hatten einen Spot-Moment Ich glaube, wir sind safe Das sind aber nicht die Marios Auf die ich hier gerade Bock habe Bonk me Jimmy Daddy Entschuldigung, Kasi, da hast du was durcheinander gebracht Das war Bonk me Bowser Daddy Aber von Jimmy möchte ich nicht gebongt werden Ja, also wir müssen irgendwie da durch Also Rose war da hinten Lass mal den Gang da so ein bisschen weiter Es kann sein, dass wir jetzt richtig hart gebongt werden Who ist da? Das war jetzt einfach so random Aber ich glaube, wir probieren das einfach mal rum Wo sie steht Aber das war es Das war schon wieder Das war Hugo Punch Das war das Poster Das ist wieder der Raum unten Der Speisesaal, der Auftrittsraum Okay, dann sie ist wieder weg Okay, also jetzt gerade Macht das Spiel echt Dass wir wirklich die ganze Zeit Rauch und runter rennen Aber ich mag das Dass die Questline ein bisschen zackiger ist, Leute Fühlt euch bitte nicht sicher Wahrscheinlich werden wir gebongt Ich wusste es Der hat da jetzt echt gewartet, der Dumme Sind wir auf dem ersten Stock? Oh mein Gott, wir sind auf dem ersten Stock Oh, falsche Richtung Der hat jetzt wirklich gewartet Aber hat uns immerhin in unser Zimmer gebracht Äh, was super gut ist Weil dann können wir direkt hier zum Store Speedrun Und Und unsere Geisterbox wiederholen Ich muss sagen Das mit der Geisterbox wiederholen Ähm Das ist eine Okay Mechanik, finde ich Aber sie macht eigentlich nichts anderes Außer die Spielzeit zu strecken Also Ich sehe da nicht wirklich einen Nutzen drin Ist okay, dass sie es eingebaut haben Aber Perfekte Spiele Ist noch ein langweiliges Spiel Ja, dann gehen wir mal zum Auftritt, oder? Ich höre ihn schon wieder Oh Oh, die Buhen? Jetzt widerstehe er es so gut gemacht Ja, dann gehen wir mal zum Oh 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 Du bist so eine dumme, ne? Es ist so krass wie dumm du bist. Is it Rose? A Personal Space Invader Rose Hall! Ähm, Rose, was dir nicht aufgefallen ist? Jimmy macht schon die ganze Zeit something stupid und nicht so hier Robbie Williams cute. Was ist denn bitte Hochzeitsantrag gemacht oder was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay, schließen wir mal Dinge aus. Was hatten wir denn noch nicht? Ich weiß nicht, ob wir das Schwert schon hatten. Es sind nicht mehr viele Gegenstände übrig. Hatten wir, hatten wir, hatten wir, hatten wir... Aha, keine Ahnung. Wer hat die Stoffe gewonnen? Jimmy bought them. To make it look like he'd won awards. Aber... When you said Jimmy lost his temper and did something stupid, does that have anything to do with what you said about the trophies? Südcases! Hatten wir schon? Childsburs? Hatten wir schon? Violent� Worgams? Hatten wir schon? Paddle, hatten wir. Der Elserpam? Hatten wir hier? Washing in, nein,hatten wir leider. Wedding ring? Goodbye notch. Obwohl ich nicht wüsste, was ich... Ich rate jetzt gerade, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Maybe. Was kommt denn als nächstes? Ja, das wissen wir schon. Ja, genau. Damit hat er ja die Heizung kaputt gemacht. Was mit der Heizung kann das doch jetzt nicht sein? Was? Hä? Wie soll man denn darauf kommen? Das Copperware? Hä? Okay, jetzt klingelt wieder das Telefon. Wir haben noch ein paar verschlossene Türen. Entweder gehen die jetzt auf, oder die sind für immer zu. Ist das mega laut? Das Telefon hat... Du bist ja detektiv. Äh, ich bin ein Teenager, der auf ein Festival wollte. Was? Was? Was ist das, oder? Was ist das, oder? Lass mich noch mal kurz nachschauen jetzt. Emma? Meinst du Amy? Hey, da sind wir doch gerade. Hä? Oh, vielleicht hätten wir einfach nur den Raum verlassen müssen. Ach so, Emma. Das kenne ich noch nicht. Das kenne ich noch nicht. Was beichten? Wie meinst du? Is it Rose? Hallo Simon. Hi. Schön, dich zu sehen. Wir spielen Dead of Night. Das ist von den gleichen Machern, die auch schon das sehr, sehr großartige Murder Mystery Detective Game Contradiction gemacht haben. Wir sind in einem englischen Hotel. Wir werden von einem verrückten Hotelangestellten gejagt. Das ist eine Geschichte, wir versuchen rauszufinden. Und es ist halt Fullmotion Video Game. Und er kann uns halt auch jagen und mit einem Knüppel auf den Kopf bonken. Wir werden uns nicht vor ihm verstecken. Das macht es super spannend. Und wir haben diese Geisterbox und wir müssen quasi mit seinen Mordopfern reden. Und wir sind, Simon, der Disclaimer. Ich glaube, wir sind wirklich kurz vor Ende. Das ist mein zweites Stream damit heute. Wenn es dich interessiert, wenn du mal ein bisschen in den Anfang reinschauen willst, schau gerne mal auf meinem VOD-Archiv bei YouTube vorbei oder hier bei Twitch. Schau mal in den ersten Stream rein. Vielleicht so die ersten zehn Minuten oder so. Also, ich gebe grundsätzlich die Empfehlung, spiel es auch. Wenn du Bock hast auf sowas. Fullmotion Video Game ist viel zu wenig Repräsentation gerade. Weil sie auch einfach super schwer, glaube ich, zu machen sind. Aber es macht Bock. Es ist eine gute Erfahrung. Ich mag das Spiel. Es hat seine Schwächen. Wie viele Spiele aber. Okay, wir sind zu weit weg. Is it Rose? Müssen wir hier zur Tür? Okay, sie ist immer noch verschlossen. Is it Rose? Yes. Es ist Rose. Ach, sie ist auch Hotelproprietor. Weil ich weiß einfach nicht, was Proprietor heißt, Leute. Irgendwann treiben, Begleiter, Emma. Ey, ich habe keine Ahnung von Jugendsprache, ne? Ich kenne sowas nicht. Ich sah dich erschrocken. Leute waren auf die Tür, Fragen zu fragen. Wer waren sie? Journalisten. Sie wollten Jimmy. Aber Jimmy war nicht in Kontrolle. Es war Hugo Puncher, der die Frau abzuhalten. Jimmy konnte es nicht mehr kontrollieren. Er war depressiv. Er wollte nur alles hinterlassen und gehen. Okay, ich habe eine Vermutung. Simon, ich schicke dir mal den Link. Ich glaube, ich habe den gerade noch relativ easy. Easy Griff bereit. Warte mal. Okay. Aber es ist wirklich gut gemacht. Ich habe leider Contradiction nicht mehr als VOD, weil ich irgendwann mal die ganzen Twitch-Sachen löschen musste. Deswegen mache ich jetzt, weißt du, alle aktuellen Streams immer auf YouTube rüber. Aber... Ja, klar doch. Easy. Es tut mir auch mir ganz gut, wenn ich mal fünf Minuten über irgendwas Schönes reden kann. Und mir macht es aktuell echt riesig Spaß, wie viel dir die VODs nachträglich anschaut. Was so ein bisschen diesen, äh... Eigentlich ist Livestream geil, aber sich hinsetzen und was nachschauen, das ist auch geil. Bring es auf so ein neues Niveau. Das mag ich sehr gern. Tom, sag mir erst, was du mit diesem Wissen machen willst. Proprietor ist eigentlich der Eigentümer oder Besitzer. Ja, aber das würde dann ja schon heißen, dass Harvey und Rose ein Ding waren, ne? Ich weiß noch, wo ich vorhin meinte. Ich glaube, ich weiß, was wir hier anklicken müssen. Habe es vergessen. Okay, es gibt noch einen Gegenstand, den wir bisher noch nicht kombinieren konnten. Zweiter Stock. Er hat es halt definitiv nicht beendet. Ja, weil die Mutti... Ey, wir hatten ja einen Psychotherapeuten da, aber der ist halt tot. Genau, Dr. Bose hat ja auch Selbstmord begangen. Also jetzt mal so rein aus Logikgründen, zwei Selbstmorde in einer Storyline fände ich whack. Wenn ich whack sage, wisst ihr natürlich, es ist kein Thema, über das man sitzen macht. Es ist ein sehr ärztes Thema. Bitte sucht euch Hilfe. Falls ihr solche Gedanken habt. Ich kann euch nicht therapieren. Aber wir werden schon sehr unangenehme Dinge angesprochen. Obligatorisch fehlt eigentlich noch ein großes Thema. Ich hoffe, es kommt nicht, weil es... Dieses mit gespaltene Persönlichkeit ist schon... Es reicht eigentlich schon. So, wir müssen in den zweiten Stock. Und jetzt? Ich denke, es ist ja, dass Hugo dann die Mutti weggemacht hat. Aber dann ist Jimmy ja wirklich einfach komplett alleine, oder? Genau. Ja. Tom, warum verwirrt ich das? Warum? Keine Ahnung. Ich versuche gerade irgendwie aus diesem Konfass schlau zu werden. Weil du es nicht weißt... Ach, Phil. Sorry, Achtung. Die Mom hat sich auch aus Angst selber weggemacht? Nee. Nee, das wäre lame. Das wäre wirklich lame. Vielleicht schauen wir nochmal kurz in die Jimmy Vision. Zweiter Stock ist auf jeden Fall richtig. Das Rose. Das Spiel ist gerade auch nur so. Zieh mal zu hier. Guck mal auf Ruhe. Müssen mal durchkommen hier. Okay, verrät mir jetzt einfach straight up hier komplett die Lösung. Ja, Raum 223, der ist übrigens. Wir sind in einer Sackgasse. Chad, glaubt ihr noch an einen Bonk? Nein. Ah, ich habe gerade gesagt, I'm behind you. Oh nein, ich habe wieder außerhalb des Bildschirms geklickt. Nein, ich will keinen Discord-Server erstellen. Mit meiner Study-Group. Oh, der bonkt mich jetzt, weil ich unaufmerksam bin. 2, 2, 3 ist hier. 2, 2, 3 ist hier. Oh no. Nein, ich möchte keinen Discord-Server erstellen. Danke. Mit den Schlüsseln ist so weird. Ist es Rose? Ja, ich bin Rose. Ey, Matul, das macht die die ganze Zeit. Diese Leute, dass die einfach immer irgendwo bei anderem stehen. Ja, was für eine Truth denn? Tell him the truth. Dass er ein Weirdo ist oder was? Hä? Also, wir müssen einen Gegenstand matchen. Nein, nein. Vielleicht. Nein, 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 nein. Ich sage übrigens nein, weil wir diese Gegenstände alle schon mal hatten. Bisher kamen sie nur einmal vor. Nein, 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 nein. Außer es fehlt noch irgendwas. Wedding Ring. Wenn du gesagt hast, du hättest, du hättest, die Wahrheit erzählen, ist das mit dem Wedding Ring? Ich weiß nicht, ich denke über das. Dann einfach das Poster. Wenn du gesagt hast, du hättest, du hättest, die Wahrheit erzählen, ist das mit dem Hugo Punch-Poster? Okay, lass doch mal kurz jeden Gegenstand küsst du dich gehen. I don't know anything about that. Oh, true, Kata, das hat sie gesagt. Nein, 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 nein. Obwohl, das Poster vielleicht, weil das sagt ja quasi nochmal irgendwie was aus über, du bist nicht der, der du vorgibst zu sein. Hier haben wir alle. Nein, 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 nein. Obwohl, I don't know. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das Diazepam? Aber das hatten wir doch auch schon. Das war doch das, womit Dr. Bose versucht wurde, ruhigzustellen. Woher kam die Bottle Diazepam? Äh, sich ruhigzustellen, aber vielleicht hatte er das dann noch. Ja, Sip, 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 Sip. Bei Badewanne wegschnubbern. Lass mal der Diazepam und das Hole connecten. Gute Idee. Äh... Hole. Weil das quasi so für sie dann so war, als hätte sich ein Abgrund aufgetan. Obwohl, das war in einem anderen Badezimmer. Das war doch im dritten Stock und nicht im zweiten. Du sagst, es war nur eine Sache, die du zu geben könnte, Hugo. Ist das etwas zu tun, was du gesagt hast, über die Diazepam? Nee, ähm... Ähm... I had to tell him the truth. Was ist denn die Wahrheit? Hat sie ihn damit konfrontiert, dass er halt diese gespaltene Persönlichkeit hat? Ja, wegen Wahrheit, hohe Vater geschlagen. Ich meine... Ich meine, so ganz, ganz obviös. Nehmen wir... The Great Hugo on Stage mit dem Poster. Split Personality, aber die Mirrors hatten wir gerade eben erst. Und so ist es quasi der Bühnenauftritt. Mit dem Poster, weil er hat das Poster in der Cutscene zerrissen. Oh, ich muss gerade echt raten. When you said things developed with Hugo, is that connected to what you said about the Hugo Punch Poster? Was hat sie... Warte, welche Gegenstände fehlen noch? Lass mal kurz nochmal die Gegenstände durchgehen. Wir gehen da jetzt mit Logik ran. Wir denken jetzt nach, Chad. Welche Gegenstände wurden noch nicht benutzt? Wedding Ring. Someone made me an offer. Achso. Why was there a washing line tied around a rolling pin? Gute Idee hat sie. Verdammt. Das hat sie auch schon genervt. Is someone there? Okay. Wir probieren jetzt mal den ganz einfachen Trick. Wir gehen nur einmal wirklich kurz rein und raus. Vorher haben wir den Stock verlassen. Wenn man die Geister so ein bisschen... Macht mich fertig, der Typ. Macht mich einfach... Macht mich komplett fertig, der Typ. Entschuldigung, Jimmy. Die Erwachsenen unterhalten sich. Oh Gott, bitte nein. 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 Danke. Alter, der macht mich fertig, der Kerl. Hat das schon gereicht? Ist es Rose? Ist es Rose? Leute, ich glaube... Ich glaube, wir müssen den Flur nochmal kurz neu... Okay, Chat, seid ihr bereit für den Bonk? Ich weiß, wenn man sich mit Absicht bonken lässt, dann nimmt es ein bisschen den Grusel raus, aber Jimmy, ich bin bereit für den Bonk. Nach dieser Kurve, okay? Danke. Ah, du machst es spannend. Schön. Als ob wir da jetzt rausgekommen sind. Als ob wir da jetzt... Oh no. Oh no, der ist doch da, der ist doch da, der ist doch da. Oh Gott, 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 Gott. Schnell, 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 schnell! Oh, der war doch... Ey, der Simon, der jagt einen vor allem wirklich, ne? Der jagt einen. Der rennt hier nach einem her. Okay. Oh, was das hier alles schön ist. Oh. Okay. Kurzen Gang, nervös rauf und runter gelaufen. Okay, 2, 2, 3. Let's go, nächster Versuch. Vorhin hat das einmal geklappt, dass wir quasi so neu laden konnten. Aber die Geister, ihr müsst das verstehen, wenn man den Geistern zu viele falsche Fragen stellt, dann sind die ein bisschen genervt. Es kann aber auch immer sein, dass Timmy jetzt noch exakt hier auf uns wartet. Ich höre jetzt erst auch mein Herz richtig schlagen über den Kopfhörer gerade. Wir gehen mal in den dritten Stock. Und alle guten Dinge sind 3. Ich bin hier. Ähm, Chad, stellt euch schon mal darauf ein, dass wir im zweiten Stock jetzt gebongt werden. Weil vielleicht hat das nicht funktioniert. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein, 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 nein! Oh, nein! Der Dumme. Oh, 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 no, 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 da kommt der Bonk. Oh, wir haben es aber auch nicht anders verdient heute, ne? FDI Open Up, ach, keine Ahnung. Ich bin durch. Die Bons machen mich fertig. Es war schon sehr witzig, ja, es war witzig, weil ich die Situation kontrolliert habe. Wenn der dich eiskalt erwischt, Simon, dann ist das richtig dumm. Also, Chad lacht, aber für dich selber ist das richtig dumm. Das ist wie, wenn man sich hier die ganze Zeit verläuft, übrigens. Maa! Also, dieses aggressive Maa! Das ist schon sehr gut. Okay, ich hoffe, wir kommen da jetzt gut durch. Genau, ja, wir hatten einmal eine Stelle, da habe ich mich blöd im Kreis gedreht und auf einmal war er hinter mir, Simon. Weil ich kenne seine genaue Mechanik, wie er sich bewegen kann, die kenne ich nicht. Aber ich gehe schon davon aus, ey. Tim, beeil dich, werde auch schon gebongt hier. Ja, aber bei dir ist liebevolles Bonken. Ich kann sie nicht versprechen, wie lange wir noch brauchen, ansonsten musst du das nachschauen. Die Bons, die ich im Spiel bekomme, bekomme ich auch in Real Life. Ey, ich bin so froh, dass Natascha mich einfach so sehr liebt und respektiert, dass sie hier nicht reinkommt und irgendeinen Scheiß macht. Da bin ich so froh drüber, Leute. Das muss Liebe sein. Ey, Chat, aber sagt mir lieber mal hier, was eure Vermutungen sind, was wir jetzt hier parren sollen. Weil meine offensichtlichen Gäste sind irgendwie durch. Natascha wird auch einen Preis haben. Meinst du, sie würde Tier 3 Subs keinen Gefallen abschlagen? Maybe? Wo war 2, 2, 3? War das hier? Ja. 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 Ach, nö, 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 nö. Ich bin gerade erst wieder hier. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Jimmy, stopp, stopp. Scrapbook? Ja, aber mit... Ich glaube, wir haben halt mit diesem Bühnenauftritt noch nichts gemacht. Wir haben diesen Bühnenauftritt super random. Und wegen Mechanik von Jimmy geht der Dude nach einem Muster vor. Also ich glaube, man kann ihn schon locken, Simon. Wir haben das ein paar Mal probiert, das sind quasi, weißt du, bei Sackgassen verwinkeltes Hotel, ne? Also man kann ihn schon herrufen zu sich. Und man kann ihn auch am andere Stockwerk quasi rufen. Ich würde es feiern, wenn Natascha so richtig laut ins Zimmer kommen würde und dich erschrecken würde. Nichts gegen dich wäre einfach nur witzig. Ja, koordiniert ihr das gerne. Ich bin dann raus. Okay, Bühnenauftritt und drängen. Okay, herzlichen, komm, wir probieren das jetzt. Ich hoffe nicht, dass die Mutter so einen Unsinn macht, wie dass sie dann dem Hugo verspricht, dass sie heiraten oder so. Weil wenn du dich nicht umbringst, heirate dich dein alter Ego. Wer ist da? Hallo? Ist es Rose? Aber Hochzeitsring fehlt noch. Äh, die... die... Babyrassel fehlt noch. Äh, was fehlt noch? Sightings. Äh, Bühnenauftritt. Die Hochzeitsring? Warte mal, Things Developed? Okay, es ist Tatsache smart. Ach, das nerven ich jetzt. Da hätten wir drauf, da hätten wir, da hätten wir wirklich drauf kommen können. Da hätten wir drauf kommen können. Warte, ich hab's gar nicht angeklickt. Ich hab jetzt einfach nur danach gefragt, oder? Ah, nee, da wussten wir es noch gar nicht. Smart. Wir hätten nach dem Bühnenauftritt fragen müssen. Ne, we have paired these. Äh, jetzt ist sie weg. Ich zeig halt gar nichts mehr, Chat. Ist es Rose? Ja, ich bin Rose. Hä? Hat er das... Mies Vater war auch schon crazy? When you said things developed with Hugo, is that connected to the wedding ring? Ich checke es gerade einfach gar nicht Warum kommt gerade dieses Geistergeräusch? Ich will mal kurz in Jimmy Vision schauen Hä? Er hat mir doch gerade dieses Geräusch gegeben Als hätten wir die Lösung gehabt Aber ich kann sie die gleiche Sache jetzt nochmal fragen Das check ich jetzt nicht Hä? Weil ich da noch nicht fertig bin? Ist das sowas wie Warte mal, wir fehlten doch bei Dr. Bose Oder so auch mal ein Gegenstand Und dann kamen wir nicht weiter Haben wir doch noch nicht alle Räume erforscht? Ich meine, okay, jetzt hat er uns gerade eine Raumnummer gegeben Okay, hä? Ich fühle mich jetzt gerade zum Ende hin nochmal so richtig dumm Aber so richtig Aber dann 305 wird er es Vielleicht ist da noch wieder ein Gegenstand drin? Oder quasi die nächste Cutscene, die wir brauchen Wie creepiger wäre es, wenn jetzt einfach ganz random in meinem Streamzimmer was runterfallen würde Da wäre ich aber raus Sag mal, warum sagst du sowas? Ich hoffe Nicht, dass hier irgendwas runterfällt Genau, bei so einer Drehung stand er, glaube ich, irgendwann mal hinter mir 302 307 304 303 305 Also entweder waren wir hier nicht drin Oder der Raum war vorher abgeschlossen Es haben sich ja definitiv schon Räume geöffnet Aber ist okay, wir müssen nicht alles verstehen Aber können wir Nee, sie ist ja nicht hier, ne? Hello Nee Müssen wir jetzt wieder zu 223 zurück? Stimmt, weil sie ist in 223 Oh, 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 oh HAHAHAHA Ladies and gentlemen We got him Bunk me daddy And it was at that exact moment he knew Okay, where are we? Where are we? Where are we? I don't know where we are. Get out of here. Die Liebe ist immer noch, wie er uns einfach random irgendwo einsperrt, nachdem er uns gebongt hat. Ah, 107. Ob er mich aus dem Schrank rausholt? Ey, das ist ne gute Frage, weil ich geh irgendwie immer ins Badezimmer. Aber in diesem Raum musste ich ja ins Badezimmer, weil der Raum ja dunkel war. Asada bonk, bonk, bonkity bonk. Wie hab ich mir eigentlich so ein Ohrwurm von so einem Mistrad selber gemacht? Ist ja fürchterlich. Also mit etwas Glück kommen wir jetzt richtig schnell zu 2, 2, 3. Ey, das war nur ein Speedrun, wie es halt übrigens. Aber, so sehr ich diese Mechanik liebe, dass er einen verfolgt. Ihr merkt jetzt aber auch schon, wie krass es sich das abgenutzt hat, oder? Weil es halt eigentlich immer das Gleiche ist. Also mir läuft schon jedes Mal einfach eiskalt den Rücken runter, wenn ich ihn sehe. Ich merke schon, ich hab ne Gänsehaut. Aber die letzten beiden Tote sind halt... Ja komm, also... Gönn dir. Einmal so gebongt werden wie Tim von Jimmy. Das find ich schon sehr witzig, muss ich sagen. Das find ich schon wieder. M'lady? Is someone there? I can hear you. Und wir haben das Schreien. Das Baby? Unangenehm. Okay, wo ist das Loch? Das sind die beiden einzigen Dinge, die jetzt gerade irgendwie mit Baby... Ja, nämlich keine Hochzeit, sondern ein Baby. Llamo. Wie, das war es nicht. Also, ja, es hat irgendwas gemacht, aber es war es nicht. Oh nein, es fehlt noch ein Gegenstand. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Wisst ihr, wer uns vorhin geholfen hat? Jimmy Vision. Wisst ihr, wer uns jetzt hilft? Er hilft Jimmy Vision. Warte, was haben wir gerade gesehen? Was? It's too soon? Ja, äh, sip, sup. War das wieder der Ground Floor? Stockwerk 3? Nein. Es kann... Ey, Ted, wir sind gebongt, Leute. Ich wüsste Tatsache nicht, wie wir aus dieser Situation rauskommen sollen, ohne gebongt zu werden. I can see you. Okay, Ted, stellt euch mal auf den Bonk ein, okay? Habe ich noch Space für Franker-Facy-Mods? Garantiert. Eventuell ist er hinter mir, eventuell ist er hinter mir. Chat, wir sind rausgekommen, wir sind rausgekommen ohne Bonk, wir sind rausgekommen ohne Bonk. Sind Jimmy Emote Bonk? Ne, brauche ich eigentlich nicht, weil ich werde dieses Spiel nach heute Abend nie wieder spielen. Aber lass mich mal kurz gucken, was Shuri da gepostet hat. Ja, gib mir einen Moment. Add to my channel. Das ist ein guter, also, das ist ein guter, guter Bonk. Vor allem ist es eine Cat, mag ich. Wahrscheinlich müsst ihr mal kurz neu laden. Ja, ich glaube, ihr müsst auch neu laden. Aber da ist auf jeden Fall eine Bonk jetzt. Hallo, Simon. Ach so, hallo. Ey, warum sage ich denn hallo? Weil ich meinen Chat neu geladen habe, hast du eine andere Farbe bei mir? Szene? Ja, ja, mit Absicht. Weil, ähm, man kann das Spiel nur via, ähm, Screenshare machen. Äh, machen. Und weil ich meinen Screen nicht schreiben möchte, habe ich kurz auf Camera Raw. Umgeschaltet. Oh Gott, ja, okay. Jetzt habe ich auch Bonkett. Äh, umgeschaltet. Wie hat denn der Zug eigentlich hin, Leute? Nice. Ich jetzt auch? Ja, okay, den Chat hier, glaube ich... Kann ich den neu laden? Cache der aktuellen Seite aktualisieren. Let's go. Könnt euch das. Funktioniert. Jetzt schalten wir wieder um. Sub, sub, sauber dir, sub. Siehst du den nicht? Äh, nee. Franker Face ist ein better Twitch-Devier, sind Browser-Add-ons. Ohne die sieht man diese besonderen Emotes nicht. Aber mit denen gehen halt zum Beispiel auch Giphy-Motes. Und andere. Also keine Sub-Emotes, sondern so quasi erweiterte. Was haben wir denn gesehen? Wir haben das hier gesehen. Was sieht jetzt was? Was ist dein Name? Is it? Was ist dein Name? Ich bin Stockwerk-3. Nee, ich bin Stockwerk-1. Und hier flackern die Lampen. Okay. Ich glaube, das war die beste Szene im ganzen Spiel. Wie geil die gefilmt war. Da sind wir spontan. Aber mal kurz umgekippt, ne? Da liegt ein Key. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Basement. Basement! Ted, wir können endlich ins Basement. Ich wette mit euch, jetzt ist Jimmy irgendwie unlockt oder so. Herzi. Hab eine schöne Hunderunde. Es war schön, dass du da warst. Danke fürs Miträtseln. Es hat riesen Spaß gemacht. Du weißt, das Ende von diesem Stream gibt es dann relativ bald. Direkt hier auf Twitch zum Nachschauen. YouTube wird es halt irgendwie ein, zwei Tage down oder so. Aber falls du es sehen willst, es wird eine Möglichkeit geben. Das ist der Raum jetzt, oder? Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Wir haben jetzt den... Let's go. Aber hab eine tolle Hunderunde. Oh mein Gott, Chad, neuer Raum. Neuer Raum. Ist es ein neuer Raum? Ist es ein neuer Raum? Gut. Bisschen demotivierend. Let's go. Was ist das? Jimmy's Birth Certificate. North Yorkshire in Skabarow on the 6th June 1976, Skabarow General Hospital. James Alexander Hall. Good sex. Äh, father, ja. Hugo, Regenet Hall, ist der Vater von Jimmy. We did it, Chad. Place of birth, Shimla, Himmashal Pradesh, India. Der Vater kommt aus Indien und ist Stage Magician Schoolteacher. Und die Mutter ist Rose Marie Dolores. Ja, Rose. Rose Hall, sie hat seinen Namen angenommen. Moskabarow in North Yorkshire, Hotel Proprietor, Maiden Name Jones. Okay. Hey. Ist jemand da? Nee. Okay, Chad. Ich glaube, wir müssen wieder 2-2-3 zurück. Ich habe richtig Respekt vor gleich einem Surprise-Bonk. Weil wir quasi gerade was Neues gemacht haben. Wir haben eine neue Sache freigeschaltet. Es tut mir jetzt schon so leid, sollten wir diesem Stream nicht mehr gebombt werden und haben jetzt erst das Emote. Stand da vorne nicht links noch irgendwie ein Key, irgendwas mit 20x? Nee, das war ja der Basement Storage Key. Warte, ich kann schnell schauen. Davor, warte, warte. Ich muss erst raus. Ach so. Ja, das aktualisiert sich hier unten zeitverzögert. Das Spiel ist nicht ganz optimisiert. Manchmal kommen die Sachen immer erst ein bisschen später. Das ist mir vorhin auch schon aufgefallen. Ich denke auch, dass sie da noch rumgeistert. Also, alte Contradiction-Fans werden sich jetzt freuen, wenn ich frage, have you seen this? Is anyone there? I can hear you. Is it Rose? Yes, I'm Rose. I found Jimmy's birth certificate. It says Hugo Hall is Jimmy's real father. Jimmy is Hugos son in every way. Okay, warte mal. Wie kombinieren wir das? I heard a man shouting and a child crying. What happened? Hugo was a violent, evil, sick man. Man muss in Contradiction echt viel um die Ecke denken. Aber es ist eins meiner Highlight-Spiele. Es bringt einen gewissen Selbsthumor mit, den ich sehr schätze. Viel Situationskomik. Und großartige Schauspieler. Es sind halt alles Laien. Okay, wir müssen eine Situation und ein Item kombinieren. Deswegen sage ich, Hugo was violent, evil, sick man. Denn er hatte ein Kind. Aber wie kannst du nur? Wie, I don't know. Okay, dann ist es das Birth Certificate und der Selbstmord. Ach, die Truth ist, dass er adoptiert. Ne, dass er das Kind war. Oh ja, das war lübend. Oh. 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 Es kann sein, dass es jetzt die letzte Szene ist. Weil ich... Es klingt jetzt so, als wäre jetzt als nächstes der Mord passiert. Vielleicht sehen wir noch ein oder zwei Sachen vorher, aber... Von der Länge, wie so die anderen Gespräche immer alle waren. Okay, wir müssen ins Basement. Das mag ich auch sehr, das bisschen um die Ecke denken. Ich bin noch großer Fan der Phoenix Wright. Das habe ich nie gespielt, Sam. Das ist gut. Das ist eigentlich ein guter Tipp, dass du das sagst. Die Phoenix Wright Games sollen ja eigentlich ganz gut sein. Und, Mare, ich weiß nicht, ob du noch... Ob du noch, äh, da bist. Ich will dich auch nicht aus dem Log holen. Du kannst es gerne ignorieren. Aber du hast, glaube ich, vorhin bei dir mal Professor Layton angesprochen. Habe ich auch nie gespielt. Ist das auch so? So Rätsel und Sprache und Wörter ging ja noch... Oh! Ah, der Dumme! Okay. Oh, das war noch mal ein Bonk! Ah, das war nur mal ein richtig schöner Bonk! Ah! Okay. Warum bist du jetzt auch noch hier? Wer hat dir geschrieben? Ja, ich sterb auch gerade. Warte! Danke! Weißt du, ich habe vorhin noch gesagt, du würdest nie hier reinkommen und mich erschrecken, weil du mich einfach zu sehr liebst. Und jetzt kommst du hier rein und sagst, ich wollte reinkommen und dich erschrecken. Geh jetzt Zähneputzen! Ab ins Bett, guck mal auf die Uhr! Ja! Ich arbeite! Ja, von wegen. Oh! Hallo? So, was ist mit Professor Layton? Jimmy, wir haben gerade über was geredet. Eher so Schieberätseln und sowas, aber der Switch-Teil ist nicht so nice. Ja, aber ich habe ja auch noch meinen 3DS. Aber so halbe Visual Novel, okay. Ich habe tatsächlich auch mal überlegt, eine Visual Novel zu spielen. Dann doch wieder mit Pokémon angefangen. Weil ich habe bei Steam Visual Novel eingegeben und naja, wir wissen alle, was dann passiert. Oh, ich war! Hey, nee! 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 Was war denn das für ein Doppelbonk? Nee! 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 Was hast du mir jetzt weggenommen? Meine Geisterbox, die war schon weg! Alter Jimmy, du dummer Hund! Ey! War das gerade sein Ernst? Äh, meier! Doki 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 Draft! Doki Draft war interessant. Ähm, ich kam tatsächlich darauf wegen Doki Draft... Draft? Draft? Ähm, weil ich das ja jetzt Let's Play gesehen habe bei Nothern Line und ich fand es großartig. Ich habe es sehr geliebt. Das war eins von seinen Subscriber-Specials. Achso, ich bin ja schon im ersten Flur. Ja, äh... Äh, äh... Bitte nicht noch mal bonken. Ich habe mich gerade dreimal blöd im Kreis gedreht. Harte für Boyfriend? Das ist das mit den Tauben, oder? Das hatte ich Tatsache neulich schon mal kurz im Warenkorb. Gebe ich ganz ehrlich zu, aber waren mir dann sehr unsicher. Ich wurde gerade zweimal hintereinander direkt gebongt. Falls ihr übrigens gute Clips gemacht habt, haut sie gerne auf den Discord. Ich schaue die mir nachträglich richtig gerne an. Wenn sie witzig sind, poste ich sie auf Twitter. Und vielleicht machen wir mit so Clips mal irgendwas. Wink, wink, if you know what I mean. Ja, ihr habt vorhin noch gesagt, ne? Aber ich wünschte, wir könnten Natascha schreiben. Ja, die wollte mich selber bewuseln. Tatsache hat sie sich gerade einfach nur... Was war das? Was? Nee, nee, oh nee. Jetzt nicht so ein Kindergeschlag hier, ey. Alter, du bist so ein dummer Hund, Jimmy, ne? Nee, nicht Jimmy. Warte mal, Hugo. Wieso habe ich auf einmal Mitleid mit dem? Oh Gott. Ich fand Doki Doki, um das kurz abzuschließen, fand ich super, super gut gemacht. Hat mir sehr gut gefallen. Natürlich richtig harte Themen. Das sollte man sich vorher bewusst sein. Müssen wir jetzt nicht im Detail drüber reden. Krass. Sehr krasse Erfahrung. Und das, obwohl ich sie halt auch nur... als Let's Play erlebt habe. Wir haben irgendeinen Encounter erst mal nicht gesehen. Wir müssen jetzt auch nur noch die Katzen hier gerade irgendwie finden, aber... Halleluja. Professor Layton hat richtig schwere Rätsel und gefällt das ganze Rätseluniversum von Logik bis Kisten verschieben, etc. Zum Teil dabei und für nichts weiter schon mehr Mittel und Zusammenhänge erkennen. Klar. Aber für Anni nun gruselst du uns ein... Danke an Ronpa auch immer ins Fährenswert. Okay. Danke, danke für das... Das erklärt auch, warum Jimmy die Erinnerung an seinen Vater verdrängt. Ja, und warum er sich quasi wieder so aufgespalten hat. Ich meine, ich habe neulich irgendwie eine Serie gesehen oder einen Film, wo das gleiche Story war. Aber ist okay. Liebte Games hat mich sehr gut gruselt. Magenzwein auf links gedreht. Last Campfire. Despair. Okay. Die Leute, die Heart to Full Boyfriend gestreamt haben, äh, nicht gestreamt, eher gespielt haben. Wäre das was für ein Stream? Oder hat das Themen? Ich meine, ihr könnt mich einschätzen. Ob sowas was für mich ist oder nicht. Cringe ist mir eigentlich komplett relativ egal, weil... Ist es du aus? Ist es was? Okay, ein bisschen näher ran. Okay, Tür ist zu. Ja, ja, Rose. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Okay, Chat, warte, ich hab's durch. Ich hab's, ich hab's, ich weiß. Okay. Jimmy hat das Trauma mit dem Vater als Kind geschlagen. Richtiger Scheiß, find ich fürchterlich. Die Mutter hat den Vater gebongt. Jimmy konnte das nicht verarbeiten und hat den äußeren Bonk zu einem inneren Bonk gemacht und irgendwann, in gewissen Stresssituationen, kommt der innere Bonk halt nach draußen. Deswegen... Oh mein Gott, sie hat ihn einfach... Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich sollte ihn nicht mehr tun. Ich habe ihn verbraucht, ich habe ihn zu lange verraten. Es war meine Fäte, Jimmy turned out, wie er mir macht. Ich dachte, die Schuld wird weg, wenn ich mich fragte. Ich bin falsch. Es hat es pein, ich kann es nicht mehr machen. Ich kann nicht acceptieren, was ich gemacht habe. Ich kann nicht leben mit mir selbst. Ähm, sie hat sich auch umgebracht? Gegenstände. Mit dem Schwert? Hatten wir schon. Wie hat sie sich umgebracht? I don't know. Why was there a collection of whiskey bottles in one of the rooms? Ah, we must have put them there. Okay, warte mal, was können sie gemacht haben? Sie können sich angezündet haben. Sie können sich selber mit dem Paddel zu Tode... Nee, ich glaube nicht. Der erste Pärm ist erst in der Geschichte später. Washing Line aufhängen schließe ich auch mal aus, weil Dr. Bose hat versucht, sich damit aufzuhängen. Uns hat nicht geklappt. Coil of Wire hatten wir eigentlich schon, aber... Könnte... Den Dagger hatten wir eigentlich schon als Mordwaffe. Das ist weird, dass der nochmal... Mordwaffe ist, Pistole... Oh mein Gott, Harvey ist der neue Proprietor. Natürlich, Harvey ist der neue Proprietor, weil die Mutter sich hier umgebracht hat. Die existieren gar nicht parallel. Die Muttergeschichte ist so weit in der Vergangenheit. Oh mein Gott, ich check das jetzt erst. Ähm... Ja, gehen wir mal weiter durch. Ich glaube, von den Waffen her könnte es eigentlich alles sein. Ich fand ein Blatt Turpentine, leichter. Was waren sie für? Ich weiß nicht. Sie gehören zu Harvey. Aha. Ah, das ist das Paddle. Und deswegen ist Jimmy auch so aus... durchgedreht, weil es das gleiche Paddle war, mit dem er geschlagen wurde. Ähm... Okay, wir fragen jetzt einfach mal hier die Waffen irgendwie durch. Wenn du sagst, du kannst nicht mit dir selbst leben, hat das nichts zu tun mit, was du über die Waffe gesagt hast? Ich trau übrigens Satascha nicht mehr, ne? Und ganz ehrlich, die kommt hier gleich rein. Stimmt, Phil, du hast es gesagt. Nee, hast du das gesagt? Hast du nicht das mit der Psychose gesagt? Ich glaube schon, dass das alles real ist, was hier passiert. Ich bin gespannt, wie Maya rauskommt. Oh mein Gott, wir haben es. Zweiter Stock. Dann gab es zwei Feuer. Es gab zwei Feuer. Okay, krass. Okay, let's go. Let's go. Alter. Jimmy ist ziemlich bonk. Okay, aber... Also dem harte Pfeil... Boyfriend of Games, die verwarte ich halt unzählig des Synchrons schon mit die Tauben. Ich bin in sowas leider echt schlechternes. Ich fände mich da auch nicht witzig, wenn ich verschiedenen Charaktere, verschiedene Stimmen gebe. Und wenn ich mich selber nicht witzig finde, dann ist das meistens echt ein Problem. Ich bin eigentlich in der Regel relativ überzeugt von mir. Ich hätte halt nicht gedacht, dass es noch ein Selbstwort ist. Weißt du? Ja, genau, weil die Mutter ihn halt auch so krass... Der Kompass zeigt mir komplett in eine andere Richtung. Hier? Er dreht sich. Er dreht sich. Er dreht sich. Yes, I'm Rose I saw you, you were on fire, what happened? If I hadn't done it myself, Jimmy would have Or rather, Hugo would have Hugo's still in charge Even now He's controlling Jimmy Oh nee, irgendwo sitzt jetzt gleich so eine Skelett-Leiche irgendwo in der Gegend rum Warte, was? Hello Is someone there? I can't do anything, I can't do anything, I can't do anything I know Hugo's your father, Jimmy I found your birth certificate And I know Rose tried to kill him But she failed, didn't she? Then where is he now? I think it's the end Well, why don't you come and meet him? It's time I introduce you to the family, Maya Oh my God, okay, wir haben die Story durch Chad, wir haben vier Geister-Stories durch Oh my God, Hertha, bist du schon wieder da? Was war das für eine schnelle Runde? Story 100 komplett Also wenn wir Jimmy jetzt nicht hier begegnen Dann vermute ich, ist er am Grand Floor Ich hoffe in der Tat, dass es nur eine Auflösung gibt Ach stimmt, du hast ja schon eine lange Runde heute War nur eine kurze Runde Okay Ey, mit der Mutter ging noch krasser Kram gerade ab Na? Aber das ist jetzt, glaube ich, letzte Katze Oder so Na komm, der Raum Können wir gehen? Können wir gehen? Ähm Ich wurde vor allem zweimal hintereinander gebongt Ähm Chat Ich glaube, wir sind jetzt nur auf der Suche nach dem letzten Bonk Ich würde gerne mal in meinen Scragmirror schauen Scragmirror 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 Ja, bring mich mal irgendwo hin Bitte Komm, das ist mein Zimmer Ich gehe mal in mein Zimmer, so als ob ich meinen Rucksack holen würde Danke Warum ist mein Zimmer dunkel? Warum ist mein Zimmer dunkel? War ich nicht in 1.07? Oh, Basement Okay Okay Stimmt, war 1.01, ja Ach, ey, ich laufe hier aber auch 10 Mal im Kreis heute, ne Ach, weil wir müssen ja zu dem Skelett von dem Vater Das Skelett von dem Vater ist ja im Keller, hat die Mutter vorhin gesagt Für mich ist auch schon spät heute Okay, okay, okay Kleine Verzögerung am Ende, kleiner Weg Matulen bis zu früh geklappt Okay, aber ein Tür noch zu Es sind auf jedem Stockwechsel noch geschlossene Türen Was ich gut finde Was ich sehr gut finde Was ich sehr gut finde, dass das so ist Oh mein Gott Oh mein Gott Seht ihr das? A real big spander Any dogjammers? Ne, ne, den genießen wir jetzt Ich wurde so oft bamboozelt In diesem und im letzten Stream Das ist jetzt mein Moment hier Den genießen wir Okay, leider hatten sie nicht mehr recht Ah, es geht von Bonne los Springen Sie einfach nochmal Okay Bereit für das Ende? Genau, bereit für den letzten Bonk Wie der Anfang von meinem Stream Und Mari, herzlich willkommen zum Building Simulator She picks the concrete herself Die Zeit hat sich über die Halle zu übernommen. Sie schlussend die Weg, die Lichter der Dunkelheit, die Waste zu den alten, und die Poor, und die Weak. Und es ist auch in dir, Fyre. Ich kann sagen, wir sind zusammen, du und ich. Du bist derjenige, Um... Oh, stimmt ja, meine Freunde sind ja auch noch in ein Hotel eingesperrt. The game will save you for the last time. You completed the main story, you know how to rescue your friends with Jimmy catches you, so it's game over. This way. Ja, aber wo sind die denn? Oh mein Gott, sind die in den Räumen, die keine Nummer haben? Tja, das habe ich mir nicht gemerkt, das habe ich mir nicht gemerkt. Oh, das ist es da. Da, ah, da ist es. Sind das die hier? 1, 1, 0. 1, 1, 0 und 1, 1, 5. Ja, Sarkasse. Ja, aber Jimmy ist ja schon draußen, ja. Und wenn ich das mal kurz sagen darf, wo wir über Enten reden, wie konnte er hinter mir sein, Leute? Wie, wie konnte er hinter mir sein? Er war auf einmal in der Sackgasse. Natürlich, try again. Aber 1, 1, 0 und 1, 1. Falls es überhaupt die sind. Warte mal. 10, 11, 15, 21. 20, 21, 22, 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 22 Ist das euer Ernst? Bitte lauf hinter mir. Für jeden Fall, dass ich gebongt werde. Okay, der andere ist da gegenüber. Elf, fünfzehn, einundzwanzig. Geh zum Elevator, so schnell wie du kannst. Elf, fünfzehn, einundzwanzig. Warte, dass sie wegkommen sind. Jetzt? Hey, hey. Okay, fünfzehn. Das Problem ist, jetzt hat die Sackgasse. Geh zum Stadten so schnell wie du kannst. Ey, finde ich geil, dass die sowas am Ende übrigens nochmal machen, ne? Aber geil, dass man sie zurücklassen kann. Ich meine, ich kenne die Leute ja gar nicht. Sind das wirklich meine Freunde? Okay, äh, fünfzehn, einundzwanzig. Ähm. Ich bin mir übrigens relativ sicher, wie viele Versuche ich dem Ganzen geben werde. Weil auch so ein Try-and-Era-Kram. You know? Ich würde sagen auch, wir machen jetzt... Ich würde gerne drei Freunde retten. Ach ja. Ich glaube, wenn wir drei Freunde rausbringen, dann ist es ein gutes Ende, oder? Ich will halt nicht Cocky werden. Aber ich will jetzt auch nicht in einer halben Stunde alle zwei Sekunden sterben, weil das ist irgendwie auch ein bisschen nervig. Geh zum Elevator so schnell wie du kannst. Ich weiß ja nicht, was dieses Schreien heißt, ne? Oh, Cocky! Ha! Aber es gibt so Momente im Leben, da muss man einfach mal Entscheidungen treffen. Die klingen auf den ersten Blick... Klingen die relativ dramatisch, Leute. Also auf den ersten Blick klingen die wirklich... Relativ dramatisch. Aber ich treffe jetzt eine von diesen Entscheidungen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich wollte zu 1-2-1. Das hat lange gedauert. Äh, da hatte Jimmy keinen Bock mehr drauf. Nennt mich ruhig herzlos, ist mir egal, aber... Ähm... Schuhe hat's grad schön gesagt, man sollte aufhören, wenn's am schönsten ist. Jetzt hier wirklich fünfmal hintereinander sterben, ist halt echt so ein bisschen so... Ne. Ich verstehe, warum sie's gemacht haben. Ich hab größten Respekt vor allen Leuten, die das jetzt schaffen. Die das machen. Die zeigen, dass sie das besser machen als ich. Aber... Ähm... Die da ist es. Ähm... Warum konnte ich da eigentlich grad nicht durchs Keyhole locken? Ähm... Chat. Wenn der jetzt hier unten sein kann, hab ich ein Problem. Hier hinten rechts ist noch eine Tür. Okay. Habt ihr Bock, mich zu Backseat gamen? Ich mein, gehen wir noch mal in den Keller? Hä? Hä? Ja, okay. Wer ist denn im dritten Stock? 3-0-3. Aber wir kommen ja oben eh nicht rein, ne? Oh, wir müssen in den Fahrstuhl. Ich habe dieses Treppenhaus irgendwie nie unlockt. Bzw. meine Schlüsse sind aus meinem Inventar verschlunden. Wir haben das Spiel schon zu 100% durch. Das nur mal übrigens so kurz am Rande. Habt ihr Bock auf einen Bonk? Hey Jimmy! Wenn du mich wirklich willst, dann machst du jetzt die Tür auf und sagst mir, wofür dieser Schlüssel ist. Also ich wollte euch gerade einen Bonk schenken übrigens. Einen Kinderbonbon. Okay Leute, was ist die Tür? Ab in den Keller. Okay. Vielleicht hauen wir durch den Keller ab. Wir können nicht mehr in den Keller übrigens. Also wenn ich sie retten muss, dann ist dieses Team jetzt gleich vorbei. Okay. Ich glaube, ich muss sie retten, oder? Jimmy? Jimmy? Ich weiß nicht. Dann ist das jetzt wohl unser letzter Versuch. Wir müssen sie retten. Krass, dass halt so im ersten Stock vier Leute sind, ne? 303. Und jetzt ist er halt auch schon auf dem Stockwerk. Aber schön, wie es, glaube ich, auch immer andere Schauspieler gerade sind. Das finde ich ganz cool gemacht. Okay, die fährt jetzt gerade vorbei. Können wir sie jetzt rausschicken? Habe ich die Wirklichkeit auch immer geopfert? Und wie lange muss ich mich jetzt quasi verstecken? Ja, top. Also, ich kenne da wen, Leute, der sich das Ende dieses Spiels gleich in einem System anschaut. Ja, komm. Let's go. Jimmy Gunn, der letzter Bonk. Warte mal, was? Was? Er hat den Bonk nicht genommen? Was? Ist der denn deppert? Habt ihr das gesehen? Er hat mich nicht gebombt. Ich bin zusammengezuckt, obwohl ich gar nicht hätte zusammenzucken müssen. Können wir mit einem Freund abhauen? Ich glaube wirklich, wir brauchen alle fünf. Aber es wäre so geil, wenn wir mit einem gehen könnten. Gucken wir mal, ob die Person jetzt hier steht. Hey, waren das alle? Also, ich könnte sich fünf Enden gedreht haben damit. Will da jemand? Nee. Okay, also man muss alle holen. 303 haben wir. Dann ist es jetzt, ja. 10, 11, 15, 21 im ersten Stock. Also, wenn es noch ein bisschen aufgeteilt wäre, dann könnten wir halt gut von A nach B springen die ganze Zeit. Aber durch das vier nebeneinander sind. Danke, Mario. Aber wenn es das jetzt nicht ist, dann machen wir den kurzen Weg, Leute. Ich werde es nie lernen. Warum haben englische Hotelle auch immer so komische Doppelschlösser, ne? Hi. Okay, ich werde es gehen. Hi. Ich denke, du kannst es gehen. Okay, wir gehen. Aber gut, wie alle ihre Freunde unter irgendwelchen Deckenweiben. Ja, und einfach keiner irgendwas sagt, ne? Aber wahrscheinlich waren die so krass verdruggiert oder so. Ich glaube, das ist auch das Zeug, was er uns am Ende. Wahrscheinlich ist es wieder dieses, äh, der Yazepam oder so, wo er noch irgendeine zweite Flasche rumliegen hatte. Okay. Du gehst nach rechts, ich geh nach links. Geh nach dem Elevator, so schnell wie du kannst. Ich glaube, es wird den Schreien vielleicht wirklich immer. Genau, unter der Decke kriegte ich das Monster nicht. Ey, das ist super smart. Aber wir haben, äh, zwei Freunde schon mal geopfert, so. Ich denke mal, bei dem Schrei, die Person wurde gecatcht. Ja, ich halt auch. Also, ich muss sagen, ich finde es gut, dass sie das hier gemacht haben. Wie sie es gemacht haben, huckt mich nicht. Ich weiß, es ist... Charakterlich schwierig zu sagen, äh, Tüßel, Freunde, ich opfere euch jetzt. Viel Spaß. Ich bin safe. Aber halt so ein Trail and Error und das Spiel speichert jetzt nicht mehr, ist halt so. Ja, der Yazepam war hier auch so eins von denen, äh, einer von den Gegenständen, mit denen Jimmy behandelt wurde. Da hatten wir das die ganze Zeit im Inventor. Man hat übrigens nie Majas riesengroßen Rucksack gesehen, ne? Aber wenn nicht, sie hat die Sachen ja, glaube ich, immer nur sich angeschaut. Bin komm mal. Ich kann mir das jetzt nicht angucken. Und erschrocken hast du mich damit auch nicht. Der ist nicht so laut, nämlich. Ach, nö. Maria, danke für die 100 Bits. Dankeschön. Ich weiß das sehr zu schätzen. Du weißt ja, ich würde dich nie opfern. Wären wir beide in so einem Hotel, Maria. Ich, ich würde, garantiert würde ich dich nicht vor der verschlossenen Hotelstür setzen lassen. Oh, wir sind in der Sackgasse. Wo müssen wir hin? 10, äh, 15. Wir laufen jetzt halt nur noch in eine Richtung. Und die Richtung ist Jimmy. Dumm. Das sind, ne, okay. Wir müssen schnell rein. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Aber ich glaube, diese Situationen machen halt, dass vielleicht Jimmy irgendwie einen R kriegt. Stimmt, 1 zu 1, wo mein Raum. Ey, warum ist es eigentlich auf einmal Mitternacht? Ist es denn hier falsch? Ich hatte vorhin, hey, voll der kurze Stream heute. Der ist schon wieder genau so lang wie der erste hier. 10, 11, 15. Die Musik ist gut. Ein guter Beat. Aber das Gute ist ja, ich weiß ja, bei euch, ihr seid mir auch nicht böse, wenn ich sage, Schauen wir uns das vielleicht gleich an. Ja. Ja, leider muss ich da hin, Jimmy. Tog wie so dank mir. Ich habe nichts gemacht. Hey. I'm here. Down here. This way. Jimmy. Hey. Okay, wenn wir jetzt gebombt werden. Wait, what? Marie hat mich gebombt. Marie, danke schön. Ich darf mal kurz reinschauen. Ey, aber wie unbefriedigend mit 17. Mit 17 drüber. Ey, Marie, wirklich danke für den Support, Mann. Mann, ach, ich rät schon wieder mit dir. Dankeschön. Bedeutet mir ganz schön viel. So, calculate. Boah, wegen 17.017. Okay, ist schon cool. Halbe Beverly Hills. Dankeschön. Es tut nichts. Danke. Sorry, stopp. Ich werde mit euch. Ich werde mit euch gebombt. Er stand hier um die Kurve. Ja, da stand da. Bonk. Meint ihr, wir kommen dran vorbei? Topkeck. Ja, Marie, äh, es gibt Gründe, warum ich das etwas anheben musste. Komm, ich bin der Typ. Sorry. Okay. Also, wenn wir 11 auch schaffen, fehlt halt nur noch 15. Das wäre krass unbefriedigend, dann zu sterben übrigens. Das wäre einfach richtig, das wäre richtig unbefriedigend. Ich glaube nur, leider, wir müssen jetzt zu 15 zu ihm rein. Äh, das könnte ein Problem sein, Leute. Das könnte ein Problem sein. Und ich will nicht rufen, weil er mich dann bonkt. Weil Jimmy schießt auf einmal scharf. Ich finde das Ende mittlerweile gar nicht mehr so schlecht, aber ich bin einfach durch nach den Jumpscares heute. Bitte dreh dich rechts rum. Thank you. Ich in den Gang schon, dann kann es auch nicht gebombt werden. Dann wollen wir nochmal Geduld am Ende und das ist nochmal viel zu wert. True. Ja, Flucht nach vorne, genau. Wenn wir Jimmy nicht sehen, dann gibt es ihn auch nicht. Ist halt so. Aber diese Sackgasse hat uns jetzt, glaube ich, die dreimal, wo wir waren, ähm, hat sie uns dreimal einfach komplett... ...bombuselt. Geht zum Elevator so schnell wie du kannst. Übrigens, wenn die alle auf dem Elevator warten, wo sind die halt? Oh! Ja, okay, der Schrei kommt, glaube ich, nicht immer. So, aber jetzt nur noch 15. Wisst ihr was, wir waren jetzt immer im Bad. Wir gehen jetzt in den Schrank. Für die Alien Isolation Streams damals. Ey, Alien Isolation übrigens auch so ein Spiel, was ich mega gern mit euch im Stream nochmal spielen würde. Aber das geht halt über 20 Stunden und sorry. It's too long. Aber es ist, es ist perfekt. Es ist eine 10 von 10, aber es ist zu lang. Hallo, Riga, mir hasen. Es geht über 20 Stunden, äh, Alien Isolation. Was ich sehr geliebt habe. Ich glaube, das war das, das erste Spiel, was so komplett Story Game war, was ich hier vor euch gestreamt habe damals. Deswegen, ich habe sehr viele positive Verbindungen damit. Oh, und ich weiß gar nicht mehr, wo waren. Ich glaube, es war bei, ich glaube, es war bei Fabi im Stream, wo wir über Until Dawn geredet haben. Ich komme jetzt wegen so ein bisschen Grusel drauf. Aber ich glaube, Fabi fand Until Dawn nicht so geil und ich im Chat haben halt alle voll geweibt, wie geil Until Dawn war. Vielleicht habe ich da auch nochmal Bock drauf. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal, weil ich warte hier, dass dieser Jimmy einfach, entweder zieht er jetzt weiter oder macht irgendwas. Ich schreibe mir jetzt nochmal kurz. Ich habe hier nämlich so eine Liste mit Spielen, die ich mit euch spielen würde oder die für die Challenge ganz gut wären. Hard to Full Boyfriend? Nee, nicht Haftpflicht Boyfriend. I will check that. Zip, 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 zip. Until Dawn is nice. Ja, habe ich auch echt ein paar Mal durchgespielt. Ich glaube, mein erstes Mal war auch on streamen mit euch. Oder alleine. Ich glaube, dann nochmal, nochmal alleine. Auf jeden Fall habe ich zweimal gespielt. Aber es ist schon wieder so lange her quasi. Okay. Okay. Hast du möglicherweise in allen Variationen Enden gesehen. Das kam raus 2015 oder 2016. Ich glaube, es kam 2016 raus, oder? Oder war es 2015? Weil dann habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Und das ist, das ist für mich ein gutes Zeichen in meinem Kopf, dass ich mich an viele Dinge erinnere und noch viel mehr Dinge vergessen habe. Das hatten wir bei Firewatch auch. Firewatch habe ich sehr geliebt. Das war nochmal ganz wichtig, als wir das gespielt haben. 2015. Nein. Aber jetzt in der Videospielbranche. Ahu. Wir werden jetzt übrigens gebongt. Und wisst ihr was? Es wäre okay, wenn wir jetzt gebongt werden. Also, wir haben alle fünf befreit. Aber wir sind noch nicht raus und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich mich manchmal gern verlaufe. It's a problem. Get to the stairs as quickly as you can. Es wäre richtig unangenehm, jetzt zu sterben übrigens. Ich höre ihn halt direkt vor der Tür. Ich fände es auch, ich fände es schon witzig, Shuri. Wir sind raus. Wir haben es geschafft. Nein, ich bin falsch abgebogen. Fuck. Oh, ich bin am Ende nochmal falsch abgebogen. Oh, mir geht so die Pumpe, Mann. Wenn ich da unten jetzt nicht eine geile Cutscene habe mit fünf Freunden. Weh, hier steht jetzt keiner. Weh, hier steht jetzt keiner. Weh, oh mein Gott, hier steht kein, Leute. Wenn das... Weh. Weh. That's the one key. Ach ja, wir haben ja das auch immer noch nicht gelöst übrigens. All your friends got out safely. War das etwa ein 100%-Run von einem Horrorspiel? Das war halt frech, das nie gesagt wurde, welche Tür es ist. Wir rip, Amy. Da kann man, da kann man schon mal uploadieren. Maya! Danke, dass ihr da wart. Wirklich, danke. Maya! Maya! Er ist übrigens in Contradiction. Bin ich mir sehr sicher, der... Stopp, 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 stopp! Stopp it! Stopp it! Why do you keep making me do these things? Please just stopp. Please just stopp it, stopp it. You're always going to do it, Jimmy. I'm in charge. Not you. Jetzt kriegen wir nochmal ein paar Bonk-Mods. I'm in charge. It's a good one. In each of us is another whom we do not know. He speaks to us in dreams. And tells us how differently he sees us from the way we see ourselves. Bye, Karnia. True... Übrigens. You can see them. At Dead of Night. Oh, ey, Gänsehaut. Wirklich, literally, Gänsepelle gerade, ey. Oh, schön. Ey, Chad, das war ein gutes Videospiel, Mann. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Es ist sehr laut, oder? Mhm. Mhm. Das sind die V-Lands, let's go! Und jetzt kommt der allerschönste Teil, in jedem Videospiel kommt wirklich jetzt immer der allerschönste Teil, wir können es ja Statistiken anschauen. Okay, wir wurden 16 Mal gebongt. Wir haben die Lösung gefunden, wir haben alle unsere Freunde gerettet. Wir haben, glaube ich, alle Achievements? Oh, das sind die Stats? Das ist mein einziger Stat, dass ich 16 Mal gebongt wurde? Hey! Der schönste Teil! Deinstallieren! Yes! Let me out! Ähm, das war schon gut. Wir gucken sonst nie irgendwie in so Steam-Zeug hier irgendwie rein, aber... You completed the main story without being hit. Nope! You rescued everyone in a quick game. Yo, bros! Habt ihr Bock auf ein kleines quick match at Dead of Night? Äh, you completed at Dead of Night with zero hits. Ist für mich eigentlich das gleiche wie Main Story without being hit. Achso, dass es dann am Ende noch getroffen werden. Extreme Mode. Extreme Mode. Extreme Mode with zero hits. Extreme Mode. Extreme Mode. Okay. Anyway. Das schönste ist in der Tat diese Bildschirmaufnahme. Yeet. Jetzt hier gerade immer so ein bisschen rauszukicken. Ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal ein Spiel mit Bildschirmaufnahme... ...at Dead of Night ranked! Ha! 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 Hör auf! Okay. War ein gutes Spiel, Leute. Hat mir Spaß gemacht. Danke, dass ihr das mit euren Kanalpunkten freigeschaltet habt. Das war schön. Das freut mich. Ihr habt übrigens auch schon wieder das nächste Spiel mit euren Kanalpunkten freigeschaltet. Wusstet ihr das eigentlich? Das nächste Spiel, was wir spielen werden, ist Getting Over It. Richtig. Das mit diesem halbnackten Mann in einem Kessel, der dann anfängt einen Berg zu besteigen und dann wieder runter zu fallen. Ich weiß noch nicht wann, wie wir das streamen werden. Ich mache an dieser Stelle kein Versprechen, dass wir es durchspülen werden. Der Baum ist kein Hindernis. Definitiv. Aber einen Abend wird es auf jeden Fall. Gucken wir mal, wie wenig gefrustet ich sowas von am Ende bin. Geil. Ich habe nicht mal mehr, glaube ich, irgendwen jetzt gerade zum Raiden. Deswegen, sorry. Heute gibt es keine Kanalpunkte von mir. Ich hoffe, ihr hattet einen richtig schönen Abend. Und danke, dass ihr dabei wart. So große Kram geht für mich mit mehreren Leuten immer irgendwie so ein bisschen besser. Ich gucke jetzt mal, ob Natascha schon im Bett ist oder ob ich sie nochmal anflauben kann, dass sie mich hier wirklich bambuseln wollte. Wenn ihr Bock habt, wenn euch das gefallen hat, was wir hier machen, kommt gerne auf den Discord. Der wird vor allem morgen wichtig. Da kriegt ihr nämlich nicht nur mit, wann die Stream statt sind, sondern morgen ist wieder Superwochenende. Und Superwochenende heißt, wir starten um 11 Uhr. Und dann schauen wir uns erstmal eure schönsten Snacks an, die ihr in der Woche gegessen habt. Und dazu zählt übrigens auch die Challenge, die ihr jeden Sonntag gerade freischalten könnt, wo ich ein Rezept eurer Wahl nachkochen muss. Und das wird diese Woche ein ziemlich geiler Käsekuchen. Davon werde ich ausführlich berichten. Ich habe gesehen, eure Snackwoche war richtig geil. Da freue ich mich drauf. Und danach spielen wir Donkey Kong Country 2 vielleicht auch durch. Lass uns mal gucken, wie weit wir kommen. Habt ihr jetzt noch einen wunderschönen Abend? Lasst es euch gut gehen. Habt eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen früh, okay? Auf Wiedersehen. Baba.